Ja, sollen wir loslegen? Äh, ja, 3, 2, 1, los. Wow. Bitteschön. Wow. Was denn? Siehst du gut aus. Jetzt selber. Danke. Richtige Sexmaschine da. Ja, sagt man mir nach, ne? Also 15 Sekunden voller Enthusiasmus. Oh. Nun, es ist wie es ist, ne? Ha. Wild. Wusstest du eigentlich, wenn man Seitenscheide trägt, dass man rechts ist? Ja, automatisch, das stimmt. Hat dir das letztens auch einer gesagt? Nee, aber ist schon ein paar Jahre her, ne? Schon ein paar Jahre her. Ich verstehe, ich verstehe. Wo ist der Chat unter euren Cams? Oh, stimmt. Wir wollten ja eigentlich Chat einfügen. Oh, oh. Erwischt, würde ich sagen. Erwischt. Eiskalt erwischt. Ja, wir müssen dann das Overlayen umhauen. Warte, ich schreibe mir das mal auf, Jim. Wir machen das mal für die nächste Folge. Hm, 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 hm. Hm, hm. Eiskalt erwischt, ja. Ja, das ist noch im Beta-Stadium, ne? Das ist quasi ein Early-Access-Feature. Das haben wir, also... Ja, stimmt, da war was. Ich hab mir das mal aufgeschrieben. Hast du eigentlich dieses Overlay als Photoshop-Datei? Äh, ich glaub schon, ja. Das hab ich dir auch schon mal geschickt. Ja, ich glaube... Ja, ich weiß. Ich guck mal rein, 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 ich guck mal rein. Pretty good. Ah. Wie geht's dir? Äh, ganz gut. So ein paar Sachen sind jetzt von den Füßen weg. So ein paar wichtige Sachen sind von den Füßen weg. Und jetzt kann ich mich wieder mit den lustigen Sachen des Lebens beschäftigen. Live gehen. Nicht live gehen. Nicht live gehen. Schön. So was in der Richtung, ja. Und bei dir? Alles super, eigentlich. Also, kann mich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Aber? Das klingt immer so nach so einem Arme. Ich hab nix. Ist bei dir dieses, äh, dieser Displayport-Splitter angekommen? Ist der bei dir angekommen? Er ist angekommen, ja. Und, hat er funktioniert? Ich hab nur zweimal damit ein bisschen rumgespielt und dann musste ich mich um die wichtigen Sachen kümmern. Und deshalb hab ich noch nicht wirklich viel damit rumgespielt. Okay. Also ich sag mal, ich sag mal so, äh, Displayport ging durch, HDMI nicht so richtig. Und, witz. Naja, ähm, die Capture Card sagt, geht nicht. So, und, äh, dann, dann ist eine Sache aufgetreten, die mich aus ein bisschen an das Konzept gebracht hat. Wenn wir jetzt mal so eben rein diven, ja. Ja. Ähm, ähm, an dem PC, an dem ich, äh, das Displayport-Kabel in die Grafikkarte stecke, also sprich der, 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 die Grafikkarte, die das Bild liefert, wurde dann immer noch die Capture Card als Monitor erkannt, obwohl die ja nicht physisch dranhängt. Ja, der Splitter soll das ja aufteilen. Also, also an dem, an meinem Game-PC wurde immer noch, äh, der Monitor erkannt, also das ist durch, der, nennen wir ihn mal den durchgeschliffenen Gaming-Monitor. Und das hat auch alles funktioniert. Aber gleichzeitig auch die Capture-Karte. So, und da denke ich mir so, hm, wieso gibt denn dieser Splitter weiter, dass da zusätzlich noch dann die Capture-Karte dranhängt? Ja. Das war ein bisschen verwirrend. Aber er hat funktioniert. Äh, ja. Dir nicht? Weiß ich nicht. Ach, du hast ihn gar nicht. Nö. Ich habe am selben Abend noch, äh, mein NDA hier, glaube ich, halb gefixt und dann habe ich das wieder abbestellt. Ich, ich wummel damit noch mal ein bisschen rum. Also, mich, mich hat das noch geworben. Aber ich habe, äh, ich habe hier ehrlich gesagt noch keine, noch keine Zeit dafür gehabt. Ich habe jetzt immer, ich habe bei so einer Renovierung ein bisschen geholfen und das hat halt ein bisschen, äh, Zeit gefressen. Und ich habe ein bisschen bei meinem Steuerkram, äh, nachgeholfen. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Was? Ja, es nervt mich auch, aber es muss, äh, morgen ist wieder Bürotag, da, morgen werde ich es wahrscheinlich abschließen. Ja. Ich habe meine Buchhaltung an einem Tag durchgeknallt. Ja, ich habe sehr viel durcheinander gebaut und ich habe aber, ich habe, ich habe mir jetzt noch zwei Sachen angeguckt, mit die, auf die ich jetzt umsteige. Ich habe halt immer noch eine super alte Sache, äh, benutzt und sehr viel Handarbeit gemacht. Und ich mache mir jetzt diese Handarbeit nicht mehr. Klingt komisch. Äh, da habe ich letztens auch schon mit dem Chat drüber gesprochen. Da wurde mir noch, ähm, neben Lexware noch was anderes empfohlen. Aber egal, damit wollen wir uns heute nicht aufhalten. Gar nicht. Ja, ich habe Lex, äh, Lexware gestern Abend, äh, nee. Doch, gestern habe ich das in einem Ritt durchgeknallt. Sehr gut. Ja. Aber ist nur für, ist nur für mich, damit ich, äh, Bilanz habe, quasi. Damit ich sehe, was rein und raus geht und was fehlt. Ja, das habe ich gestern durchgemacht. Ich habe gestern 850 Posten einsortiert. Respekt. Der Grind war real, sage ich dir. Aber ich hatte abends auch echt, äh, äh, Unterleib, äh, Unterleib, sage ich schon hier, Unterarm, die ganze Zeit auf dem Touchpad vom Macbook. Hey, hey, hey. Also, das hier ist für einen Gamer schon der Unterleib, ja? Also, das verstehe ich mir schon. Ach so. Ja, klar. Na, klar. Ja, ich habe, äh, äh, also sonst ist alles gut, ja. Die übliche Kacke, also das mit dem Mikrofon ist hier immer noch. Ich habe mir jetzt einen neuen Kompressor bestellt, weil mein Kompressor scheinbar kaputt ist. Den hat es nach 5 Jahren dann endlich aus dem Latschen gekippt, so. Aber will ich mal, 5 Jahre im Dauerbetrieb. Wir reden hier nicht über so, ja, lass mal was einsingen, okay, ich mache das Gerät mal an, sondern 5 Jahre im Dauerbetrieb. Ja, also, war super. Jetzt hat, äh, heute war jemand da, hat, äh, der sich auch mit Musik ein bisschen auskennt und der hat gesagt, äh, hey, also ich gehe fast davon aus, dass da drin was Hobby ist. Ja. Also. Bitter. Ja. Aber, aber das ist ja die schönen, also schön, wenn man, also schön wäre es gewesen, wenn du das quasi schon vor ein paar Wochen, Monaten selbst diagnostiziert hättest, weil dann hättest du dieses Modul rausnehmen und ein neues reinsetzen können, ne? Ja, ich habe mir heute ein neues bestellt. Mhm. War ein teurer Januar, sage ich dir. Mhm. War ein sehr teurer Januar. Wir haben am Wochenende, nämlich im 24-Stunden-Rennen Bullshit-Bingo gespielt und ich habe für jeden Bingo, der, äh, eingelöst wurde, zwei Subs verschenkt. Ah. Das waren, das waren 70 am Ende. Und dann kann man bei mir für eine Million, äh, Kanalpunkte einlösen, dass ich fünf Subs verschenke. Das war auch noch zweimal oben drauf. Ich habe 150 Subs verschenkt am Samstag. Meine Kreditkarte so, fuck you! Deine Kreditkarte so, äh, sag mal, Dizzy, äh, wolltest du nicht eigentlich ein bisschen sparen, so, ich meine Schwaben-Modus und so? Ich habe da was gehört. Ja. Naja. Und Dizzy so, Subs, Subs. Ja, was ich meine, hallo, schön fürs Herzen. Okay, hilf uns mal auf die Sprünge. Was genau waren die Konditionen, um bei dem Bullshit-Bingo zu lösen? Ähm, ja, halt so rennspezifische Dinge, die halt so normalerweise immer vorgekommen sind. Äh, weiß ich, wenn jemand eine Durchfahrtsstrafe kriegt oder Dizzy kriegt das Auto mit drei Dingern oder kriege ich von meiner Vermieterin was zu essen? All solche Dinge waren da mit drin. Cool. Ja, also es war wirklich ein sehr schöner Stream. Ich glaube, das war der beste Stream in neun Jahren. Ich glaube, ich glaube, Mindshed kommt gar nicht auf die Idee, da nochmal nachzuhaken, weil die, also sie finden solche Systeme, also solche, solche, solche Programme wahrscheinlich eher nicht so spannend, hoffe ich. War das Bullshit-Bingo? Mhm. War großartig. Mhm. War wirklich schön. Aber ich habe auch, äh, von Samstag auf Sonntag 36 Stunden durchgestreamt, also, äh, war wild. Aber zwischendurch immer mal ein bisschen gepennt? Ja, also hör auf, ich bin, äh, ich war letzte Woche, war ich bei Igay. Mhm, hab ich gesehen. Und dann auf einmal, also ich bin Dienstag da angekommen und wollte eigentlich Freitag gemütlich zurückfahren. Mhm. Und dann hatte ich, äh, ist mir aufgefallen, dass ich mich bei einem Placement, was ich hatte, um einen Monat, äh, verschätzt habe. Das heißt, ich sitze also am Mittwoch, sitze ich da, kriege so die Infos rein, denke mir so, warte mal kurz, das ist doch, das ist doch Samstag. Und Samstag fahre ich doch 24-Stunden-Rennen. Moment. Dann habe ich alles von remote, so weit wie es ging, gemacht. Ich bin Donnerstag, äh, Nacht wieder nach Hause gefahren, um Freitag alles vorzubereiten. Und, äh, hab dann halt, mein, mein, das Rennen sind wir gestartet, dann habe ich zwei Stunden Placement gemacht, dann bin ich das Rennen gefahren, dann waren zwei Stunden Pause und dann bin ich noch ein Rennen gefahren. Alles an zwei Tagen. War wild. Und danach erstmal ordentlich ausgeschlafen, ja? Nö, sieben Stunden. Danach ging es wieder los. Respekt. Ja. Respekt. Ja, Körper ist drauf. Körper ist drauf, der weiß Bescheid. Wieso läuft das? Oh Mann, ey. Aber, äh, kurz nach dem letzten Hardcast hattest du ja einen Tag später, glaube ich, sogar gepostet, ja, hier, dies, das, NDI läuft jetzt. Ja, tut's nicht. Tut's nicht. Was hast du denn eingestellt überhaupt? Ja, ich hab, äh, du kannst ja einzelne Szenen eigentlich wegschicken. Also du kannst ja, äh, einzelne Szenen via NDI übers Netzwerk verschicken. Also nicht, äh, die meisten werden das wahrscheinlich so machen, dass sie das ganze OBS kannst du ja wegschicken. Mhm. Und dann kannst du aber pro Szene auch einfach rechtsklick drauf machen, das ist ein Filter und dann schickst du den weg. Ja. So, aber, also das hat funktioniert, zwei Tage und dann irgendwann fängt's wieder an zu lecken. Und das ist ganz komisch irgendwie. Also NDI ist nicht so, weiß ich nicht. Dann hab ich das mit diesen NDI-Tools versucht, aber da gibt's ja kein Game Capture, sondern nur ein Monitor Capture und wenn du Anwendungen im Vollbild machst, naja, kannst du halt ein Monitor nicht capturen. Das geht gar nicht? Nee. Das geht nur mit Anwendungen, die, äh, die nicht im Vollbild sind. Oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Wie, wie, wie machen das denn die überzeugten Anhänger des, hey, nutz doch die Tools bitte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, hab's nicht, hab's nicht gefunden. Also ich hab mir dieses NDI-Tools 5 runtergeladen, das ganz neue. Mhm. Ja, hab dann festgestellt, dass das durch die Installation, die mein Streaming-PC nicht mehr mit meinem Gaming-PC kommunizieren konnten, weil das unterschiedliche Versionen war, musst du wieder deinstallieren, neu installieren und hin und her, kreuz und quer und irgendwie, weiß ich nicht, hat nicht so richtig funktioniert. Also die Tools sind schon cool, aber das hat leider nicht geklappt. Hm. Ich hoffe ja inständig, äh, also ich werd mir wahrscheinlich den Splitter dann auch noch gönnen, weil das ist einfach nicht, nee. Also ich hatte, ich hatte den Splitter, wie gesagt, einmal, ähm, im Stream kurz ausprobiert, also ich hab den dazwischen geklemmt. Ja. Und, ähm, also du hast ne Stromversorgung, du hast, du hast den, ähm, Displayport rein und natürlich Displayport raus, da musste ich ein bisschen gucken, dass ich auch das richtige Kabel habe, ne, weil, es muss halt ein hochwertiges sein und nicht so lang. Das hat funktioniert, das Durchschleifen und ich hab auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Displayport, ähm, dass der Splitter ein Delay da reinmacht, ne, aber ich hab das, wie gesagt, nicht getestet. Ich wollte, ich hab dann gedacht, ich stell das dann am besten so ein, dass auf all meinen Monitoren, also sind ja auch drei drei geschlossen oder zwei im Normalfall, ähm, da lass ich einfach das Bildsignal von Windows klonen, dass auf beiden das gleiche Signal ankommt und dann läuft das eine ja noch durch den Splitter. Und wenn ich dann sehe, dass das ein bisschen verschiebt, das fällt, sieht man ja sofort, ne. Ja, ja, na klar. Das hab ich aber noch nicht gemacht, so, weil, ähm, die Capture Card dann auf, äh, der Meinung war, nö, also an HDMI hängt nix, also da kommt nur ein schwarzes Bild, ne, da ist nix dran. So, und dann hab ich mich abends nur noch um die Sachen gekümmert, wie, äh, ne, vorhin schon gesagt, entweder, äh, entweder Bürokram, Steuerkram, äh, oder halt eben am Wochenende die, äh, die, äh, Aufbereitung von der Wohnung. Ja. Ja, ja, gut. Ja, ist liegen geblieben. Aber vielleicht gibt's ja dann irgendwann nochmal ne Lösung dafür, weil ich würd, also ich würd, glaub ich, ganz sicher von NDI weggehen. Ja. Also ich hab mit NDI bisher wenig gemacht mit dem 2. PC. Ich hab das, als wir mal zu zweit von hier gespielt haben, hab ich das mal genutzt, um Spiele, die dann aber auch, ich bin mir nicht sicher, ob das Game nicht im Fullscreen lief, du. Oder ob das Game nicht sogar nur im Borderless Fullscreen läuft, das kann auch sein. Borderless Fullscreen geht mit AMD Grafikkarten leider nicht. Mögen die nicht. Boah, wie ätzend. Mhm. Aber da bin ich ja auch schon einer der Lösungen dran. Willst du ein neues Problem von mir hören? Oh, ja. Diese Kamera hängt an einem Elgato-Produkt, dem Cam Link Pro. Den mag ich sehr. Vier HDMI-Inputs kannst du alle deine Cams dranhängen. Bisher keine Probleme. Bisher. Und jetzt hab ich ja, wir haben ja beim letzten Mal drüber geredet, dass ich da diese Hard-264-Settings von jemandem geschickt bekommen hab. Die hab ich mal ausprobiert. Und ungefähr zeitgleich trat dann auf, dass diese Capture-Card in OBS auf einmal Kodierungsüberlastungen produziert hat. Und zwar so doof, dass du wirklich OBS neu starten musst. Also ich hab's jetzt ein paar Mal gehabt, dass dann der ganze Stream ruckelt. Und ich denk so, was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Und dann guckst du im Task-Manager, guckst hier, guckst da. Und dann siehst du so, ah, okay. Es ist, also, wenn du die Szenen dann einzeln ausschaltest oder deaktivierst, es ist definitiv die Cam Link Pro. Schönes Teil. Aber wirft bei mir jetzt diesen Fehler ab und zu aus. Also in den letzten paar Tagen fast jeden Stream. So, und jetzt hab ich das mal in Anführungszeichen zurückgesetzt. Ich geh jetzt nicht mehr über diese Hard-264-Encoding-Settings. Daran kann's aber nicht liegen. Ich hab die Elgato-Software geupgradet, also geupdatet, weil das war nicht die neueste Version. Und wir haben, ich hab auf dem Stream-PC nochmal ein Windows-Update gemacht, Grafikkarten-Update gemacht. Das hab ich hier auf dem Haupt-PC auch heute nochmal kurz durchgeballert. Und heute ist es nicht aufgetreten. Wenn es jetzt morgen auch nicht auftritt, dann mach ich die Hard-264-Settings wieder rein. Dann lag's wahrscheinlich nur an einer veralteten oder fehlerhaften Software von der Elgato. Das kann ja sein. Na, dafür gibt's ja solche Updates. Das ist raus. Ich hab mir aber auch die Change-Logs gar nicht erst angeguckt, sondern ich hab's einfach direkt rübergeprügelt, weil so ein Fehler ist halt echt nervig. So, und ich hab auch in den Windows-Diensten hab ich auch nicht gesehen, dass man, dass man, dass ein Elgato-Dienst oder sowas läuft, der mit der Capture-Card zusammenhängt, den man hätte stoppen und starten können. Ja. Und dann sagt jemand im Chat so, ja, pass auf, so ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal. Deaktivier die Karte mal über deinen Gerätemanager. Ich geh in den Gerätemanager, deaktiviere die Elgato-Capture-Karte, aber das Blip bleibt an. Und Windows sagt dir so, ja, ich hab das Gerät deaktiviert. Und ich so, nein, hast du nicht. Ich seh doch ein Bild. Ja. Richtig blöd eigentlich. Ja, bei mir, also seit meinem kompletten Reset funktioniert alles wunderbar. Hm. Also, ich hab auch keinerlei Probleme. Ich hatte auch Codierung überlastet eine ganze Weile, aber jetzt mittlerweile hab ich nix mehr. Also, was mich da mal am meisten stört bei dieser Codierungsüberlastung, ist halt eben, dass man OBS neu starten muss. Und das bedeutet halt immer Stream aus, OBS schließen, OBS neu starten, Stream starten. Und das ist halt von der Zeitüberbrückung her nicht einfach so, oh, du hast eine Unterbrechung, sondern der Stream ist wirklich aus. Und da gehen immer Leute weg. Und das möchte man ja nicht. Ja, also, ich hab's jetzt, wie gesagt, nicht mehr seitdem. Jetzt gehen auch alle vier Eingänge mittlerweile. Ja, das hattest du erzählt. Das hattest du echt erzählt. Nee, aber ich guck mir das mal an. Ich weiß nicht, heute war der erste Tag, an dem ich das, nach diesem kleinen Fix, und ganz ehrlich, ich hab ja nichts gemacht, ich hab ja nur die Software auf den aktuellen Stand wiedergebracht. Und das kann's ja schon gewesen sein. Ja, ich hab die nicht mal installiert, glaub ich. Das ist das Beste. Das find ich auch super, dass man die Software nicht mal installieren braucht, ne? Ich hab die nicht installiert. Ja. Ich hab die Elgato Facecam Software installiert mittlerweile. Fällt mir gerade ein. Die hab ich nämlich, ich hab gestern meine allerletzte Kamera, die ich besitze, äh, ja, hab ich verbaut gestern. Ich hab jetzt neun Kameras im Raum. Ich hab schon gesehen in einer deiner Insta-Stories, dass du, äh, jetzt mit nem Schnellverschluss deine Küchenkamera an das Racing-Micro und vice versa machst, ja? Ja. Ich hab, äh, ich war ja jetzt bei E-Guy und hatte meine Kamera mit, also meine große, weil der Fotos machen wollte. Dann bin ich nach Hause gekommen und hab gesagt, ach, weißt du was, komm, such irgendwo in deiner Wohnung Quick-Releases, du hast noch irgendwo welche liegen, und dann machst du da einen ran und hier einen ran. Und dann, da drüben liegt halt schon ein Akku-Dummy und die Kabel und dann brauchst du halt nur ein Snipp machen, nimmst es raus, hängst es da hin, schnipp wieder zu. Und dann hab ich das gemacht und jetzt hab ich meine Fotokamera, hab ich hier, hab ich wieder so, dass ich fotografieren kann. Und nicht mehr da dran. Okay. Ich drück die Daumen, dass dir das nicht auf den Sack geht. Nö, also ich denke nicht, das ist schon, ich mein, wann willst du mal, also, wann machst du mal beides gleichzeitig so? Und wenn's soweit ist, dann, naja, wird halt noch eine gekauft, irgendwann mal. Aber ich hab die, ich hab die, äh, Elgato Facecam jetzt als Pedalkamera, äh, verbaut gestern. Die macht echt guten Dienst, muss ich sagen. Also für, für das, was die da eigentlich erledigen sollen, ist das echt gut. Hast du, äh, bei deinen Pedalen, ist das so eine Low-Light-Umgebung oder ist das noch ein bisschen beleuchtet? Geht, ist ne gute, gute Mischung. Hm. Ist ne gute Mischung. Also ich denke, das ist okay. Und du benutzt das Original-Kabel, ne? Also kein längeres USB-Kabel. Weiß ich nicht, ob das das Original ist. Okay, aber du benutzt nur ein Kabel und gehst nicht noch über den Hub oder so, sondern direkt in den PC. Genau. Ja. Dafür reicht's ja. Aber ich musste, ich musste mir so ein, so ein, so ein Dingsloch extra holen hier, so ein Stativ. Damit ich, äh, also ich hab keine Möglichkeit gehabt, das festzumachen. Ich musste jetzt halt irgendwie hier. Hast du das schon mal, ohne eine Kamera zu sehen, eine Kamera ausgerichtet? Boah, da wirst du wahnsinnig bei. Dass das gerade ist, ist immer noch schief, glaub ich, aber geht nicht anders. Das ist echt eine Katastrophe. Kurze Anmerkung aus meinem Chat. Das könnte man normalerweise wahrscheinlich ab nächster Woche hier jetzt unten drunter sehen, aber ist ja gerade nicht. Anmerkung lautet, äh, sagte er gerade, er macht etwas manuell? Also nicht automatisch? Ja. Was heißt manuell? Also die Kamera von da nach da bringen, ja. Bis Steuerberater sagt, äh, Herr Dissing, Sie müssen Geld ausgeben. Dann kommt da sowieso eine hin. Also weiß ich jetzt schon. Wenn der sagt, es muss Geld raus und mir fällt nichts ein, dann hol ich sowieso noch eine. Klar. Ja. Keine Frage. Oder, oder da kommt die große A7 hin oder so. Das seh ich auch schon passieren. Bis zu, es wird sowieso der Tag kommen. Es ist 24 Stunden drin und wir wollen Frühstück machen und das möchte irgendeiner im Stream sehen und es muss die Küche an und es geht nicht beides an dem Punkt. Ich weiß, dass dieser Punkt kommt und dann wird's geendet. Ich hab mir übrigens jetzt auch SD-Karten-Dummies gekauft, um das andere Problem zu beheben. Äh, das andere Problem war nicht, dass es nur blinkt, sondern? Nee, dass die, am Anfang, äh, musst du immer einmal den Auslöser drücken, äh, damit die Kamera überhaupt erst mal Bild überträgt. Aber nicht die 5100? Nee, das sind ja die 6000. Okay, ja, ja, nee, weil die 5100 hat das nicht. Da blinkt halt nur die ganze Zeit permanent hier oben im, äh, in dem, in dem, in dem umgeklappten Monitor, ne? Klingt halt, no card, no card, no card, no card. Ja, die 6000 haben das leider, da musst du immer einmal erst bestätigen, damit, äh, damit das funktionieren. Was kostet so ein, ähm, SD-Karten-Dummy? Ich hab jetzt, glaub ich, für drei Stück, also ich hab mir hier drei, 32 Gigabyte gekauft für, weiß ich nicht, neun Euro. Achso, du hast, Moment, Moment, du hast, du hast, es gibt keine, ich dachte, es gibt Dummies. Nee, nein. Aber das sind echte, ja. Ja, es sind 32 hier, ich glaub, neun Euro hab ich bezahlt für drei Stück. Hm. Die müssen ja nicht können, die sind ja einfach nur dazu da, dass ich den Knopf nicht drücken muss. Das sind mir neun Euro schon wert, muss ich sagen. Ja, klar, natürlich. Ja. Ich hab auch extra großes, äh, großes Paket gekauft. Für den Fall der Fälle, dass hier noch irgendwann mal eine kommt, so. Ja, ja, das, äh. Man weiß ja, wie es ist, nicht? Das Grafikatproblem ist auch übrigens bald aus der Welt, wenn ich Glück habe. Ja, äh, hast du vorhin schon so angedeutet, das heißt also, eventuell wurde dir signalisiert, dass, äh, unter Umständen eine Karte zum, äh, Ankauf bereitsteht? Äh, ja, nee, ich krieg wahrscheinlich zwei Peppers. Ah, okay. Ja. Vitamin B, äh, was? Nee, Vitamin Hashtag Werbung. Noch besser für dich. Mhm. Ja. Der Chat sich bei mir beschwert hat, ich mach zu wenig Placements, hab ich mir gesagt, dann gehen wir volle Esserin. Wir halten rein. Ähm, Anmerkung aus meinem Chat. Ich hab in meiner 6000er auch eine SD-Karte drin, er möchte nach dem Start der Cam aber trotzdem einmal den Knopf haben. Also bei mir jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Also bei mir geht's jetzt ohne. Wie gesagt, das Problem hat die, ähm, 5100 zum Beispiel nicht, äh, aber je nachdem, an welcher Capture-Card ich dran bin, sagt die Kamera mir am Anfang, ähm, hey, du läufst, ich lauf in NTSC und zeigt mir auf dem Display nichts anderes und diese Einstellung muss ich auch wegklicken. Dafür gibt's aber wohl einen Firmware-Hack, hat man mir, äh, hat mein Discord mir gesagt, äh, das hab ich allerdings nicht installiert, weil an der, an den Capture-Cards, die ich jetzt benutze, hab ich das Problem nicht. Ich weiß aber nicht mehr, bei wem das auftrat, ich glaube, das gab, äh, das trat bei dem Cam-Link auf, vielleicht? Weiß ich nicht. Ja. Mathe sagt gerade, das kommt bei der 6000er auch auf die Firma an, ob man das, äh, hat oder nicht hat. Ah, okay. Na, ich weiß nicht, welche da drauf ist, ich hab keine Updates gemacht. Aber weißt du, was cool ist? Auch raus. Ich hab mir ja dieses andere Objektiv damals gekauft, weil mein Sony ja kaputt gegangen ist. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Das Gute daran ist, äh, das ist da jetzt dran, ne? Es ist kaputt, es steht mit Blende 1.4 und der manuelle Fokus ist gespeichert, das heißt, ich muss nie den Fokus einstellen, von dem Ding, weil es kaputt ist. Also ich hab halt noch Glück gehabt, dass ich dafür eine Verwendung gefunden habe. Das heißt, ich kann die Karre einfach anmachen und sie läuft mit den Einstellungen, die es vorher gab, weil das Objektiv wird zwar erkannt, aber du kannst durch, warum auch immer, kannst du nix einstellen und jetzt hat es halt die Einstellung gespeichert, die ich wollte, weil es mir mal ging. Jetzt kann ich die mal anmachen und jetzt kann ich die mal anmachen und sie macht das, was sie soll von Anfang an, ohne was einzustellen. Ja, aber das ist doch super, ganz ehrlich. Mhm. Na klar. Ja, das Ding ist ja aus der Garantie sowieso schon raus. Und von daher, und bevor du hier so ein 2000 Euro Objektiv wegschmeißt, ne 1.4. Aber Objektive kann man doch bestimmt auch reparieren lassen, oder? Ich mein, klar, das wird teuer sein. Das war schon bei der Reparatur und die haben das durchgeguckt und haben nix gefunden. Ah. Und deswegen hab ich irgendwann gesagt, dafür bezahl ich halt kein Geld mehr. Und jetzt hat es ja noch einen Verwendungszweck gefunden. Perfekt. Ja. Schön gelöst. Das ist mega. Ich hab nichts mehr da, Jim. Ich hab alles verbaut jetzt die letzten Tage. Hab wirklich nix mehr da. Ich bin, also ich bin selber wirklich erschrocken, was alles dieses Jahr verbaut wurde. Ich hab wirklich nichts mehr da. Nichts. Respekt. Respekt. Ja. Ich hab mich schon selber ein bisschen erschrocken. Weil, äh, wenn du, äh, also ich mein, ich mein Kabel und so hat man immer da, natürlich. Aber alles, was so rumgelegen hat, ich hab alle, ich hab wirklich alle Kameras verbaut. Ich hatte, weiß ich nicht, ich hab 5 oder 6 Kameras rumliegen. gehabt, die sind alle weg. Alle verbaut. Alle Verwendungszwecke gefunden. Aber ist doch schön. Das Einzige, was ich bei mir nicht mehr verbauen möchte, ist, äh, ne GoPro. Damit, also per HDMI, ne? Damit hab ich keine, keine, das, also da werden wir keine Freunde. Das ist nicht schön. No bueno. Ich hab, meine Beine laufen wunderbar. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab bei mir andauernd dieses HDMI-Handshake-Problem. Andauernd. Es geht mir mega auf die Eier. Ja, ich glaube nicht. Schaltest, schaltest sie ein. Bild gedrungen, oben und unten schwarze, schwarze, schwarze Ränder, ne? Kannst, halt, hasse ich. Aber, äh, ich hab, ich hab hier die hier wieder in, in, quasi hier neben stehen. Die kann man immer eben so zum Zeigen und so weiter benutzen. Wenn man dafür eine Anwendung hat. Wenn nicht, natürlich nicht, ne? Ja. So, hier muss ich jetzt nochmal andere Kabel dran machen und vielleicht auch noch einen anderen Standfuß und dann das Tripod oder so, ja. Aber ansonsten, genau das, was ich brauche. Äh, Baby, ich schreib gerade erschrocken, was du noch so über hast oder erschrocken, dass du nichts mehr auf Lage hast. Äh, ne, bei mir ist das wirklich so, äh, ich hab mich erschrocken, dass ich nichts mehr habe, weil, also ich hab wirklich über die Jahre so viel Zeug geholt, dass mich das wirklich erschrocken hat, dass ich wirklich alles weggebaut habe. Also ich hab auch kein, ich hab jetzt noch ein, mein eines Fotoobjektiv hab ich noch liegen, alles andere hab ich wirklich alles verbaut. Und naja, die Standarddinger, die mit der Kamera kommen so, die, aber, also, die sind noch da, aber die willst du ja nicht benutzen. Ansonsten ist wirklich alles weg. Das ist richtig krass. Das, 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 das Ding mit diesen Kit-Objektiven, also gerade bei der 5000er, bei der 6000er, die sind wirklich okay, aber sobald du mal, egal welches andere Objektiv du benutzt hast, willst du darauf einfach nicht mehr zurückgehen. Das ist halt. Also ich merk schon den Unterschied, ich hab da drüben jetzt einen Samyang dran, 20 Millimeter. Mhm. Ah, also, das war eigentlich mal für über meinen Kopf hinten, äh, also da, wo die, äh, FDR jetzt hängt, war die eigentlich mal gedacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist mir, also, da merkst du auch schon den Unterschied zwischen Samyang und Sigma, da ist schon so, naja, es könnte schon ein bisschen besser sein. Man ist halt verwöhnt. Nächstes Jahr vielleicht. Ja. Nee, nein, nein, Jim, nein. Ich musste heute schon wirklich, ich hab mich, ich musste mich dazu zwingen, den Kompressor neu zu kaufen. Nein. Ich musste mich dazu wirklich zwingen. Ich hab schon gesagt, ach, scheiße, für das dreimal knistern, ist das nicht so wild. Und dann, haha, zehn Minuten später, gleich zweimal hintereinander geknistert, jetzt vorbei, Chat, das geht so nicht. So kann ich nicht streamen. Nein. Dann hab ich mir einen neuen gekauft. Ja, solche Sachen sind doch auch zum Kotzen. Das willst du ja auch nicht haben. Nee, willst du auch nicht. Und denn, heute, ich hab unten an meinen Füßen, äh, bei meinem, bei meinem Rick steht einen Ventilator, äh, der quasi hier immer so ein bisschen Luft hoch boostet. Und der stand so ungünstig, dass der die ganze Zeit Klappergeräusche gemacht hat. Und ich dann setz mich dann, äh, äh, setz mich da rüber und dann denk ich mir die ganze Zeit, was klappert denn in meinem Mikrofon? Und der Stream, der hört das aber nicht, äh, oh, hast du Backlight angeschaut? Nee, das muss man an die Decke, das ist immer noch das Gleiche. Ich, wie gesagt, bin hier in meiner Bude zu nix gekommen. Ja, finde ich schön. Ja, ne, wird die Kontur so ein bisschen beleuchtet, sieht man hier so diesen, den Haken Cut, so ein bisschen mehr, ne? Den Haken Cut. Ähm, und dann hat das die ganze Zeit Geräusche gemacht im Mikrofon. Mhm. Und ich hab schon wieder gedacht, die Kabel sind komisch. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, ach, scheiße, das wird bestimmt, äh, der Ventilator sein. Da hab ich den rumgedreht und dann hat es aufgehört. Ey, dann kennst du das, wenn du, du hast mal einen Fehler gehabt, also irgendwie so ein ganz leichtes Rauschen oder so ein Fiepen und du hörst nachher einfach alles. Das hat dich nie gestört. Und du hast es nie gehört. Aber wenn du es einmal hörst, so, ne. Und dann kannst du, dann kannst du, du hörst wirklich alles. Du hörst ein Eichhörnchen furzen und dann denkst du mir so, nein, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Ja. Weißt du, was mir passiert ist? Mir ist, ähm, ich hab unten, äh, hier neben mir in meinem Rack, äh, steht oben drauf die, äh, die Steuerung für meine, für meine Boxen. Mhm. Ich hab hier unten Boxen dran, ne. Und die, mein Staubsäureroboter hat das Kabel eingesaugt und das Ding runtergezogen. Ey, ich mach den Stream an und es fiept in meinem Mikrofon. Und ich so, wo kommt das denn jetzt her? Willst du mich verarschen? Habt doch gar nichts gemacht. Und dann guck ich so unten runter, sehnisch, Kabel alle natürlich ein bisschen rausgezogen. Hat der blöde Hund das Ding runtergezogen und das ist auf dem Dings, auf meinem, äh, auf meinem, ähm, das ist auf meinen, äh, auf meinem Mikrofonkabel gelandet und hat sich rumgebunden und dadurch ist ein Fiepen mit dem Mikrofon entstanden. Die Boxen kommen auch weg. Das, der Erste, der sie haben will, kann sie haben. Die kommen weg. Ich werd das hier abmachen. Boah, Junge. Bewahnsinnig über euch. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Vor allen Dingen, weil das wieder auf dem Mikrofon hier war und nicht auf dem anderen. Hm, ätzend. Soll ich sonst so sicher? Am beschissensten sind Fehler, die du korrigiert hast und du bist dir sicher, du hast die korrigiert und die treten nicht mehr auf und dann irgendwie durch sowas wie dein Staubsaugeroboter und dann tritt ein ähnliches Geräusch oder das gleiche Geräusch wieder auf und denkst dir so, was? Ich hab's doch gefixt oder scheiße. Das ist wie mit dem, mit dem Mikrofon. Also du, ich hab hier unten drunter, äh, mittlerweile schon echt sehr gute Strippen dran, weil ich die gewechselt hab, weil ich gedacht hab, das liegt an den Kabeln. Ja, jetzt kommt der Kompressor raus. Ich hab auch was zu Audio, aber dazu musste ich eben kurz was von einem, von einem Werbepartner einmal ganz kurz in die Kamera halten, sonst macht's keinen Sinn. Na mach doch. Ich hab ja die In-Ears jetzt drin und das sind jetzt auch die Angepassten, ne? Bisher hatte ich ja, davor hatte ich, ich glaub am letzten Mal weiß ich nicht mehr, ob ich schon die Angepassten hatte, ich glaube nicht. Und, äh, also jetzt mal, ja, Werbung und so, ich weiß, ich weiß, ne? Und die Leute, die einen angepassten Gehörschutz haben oder sowas, ne? Die kennen das. Ich kannte das noch nicht so, ne? Das fühlt sich an wie so ein Puzzleteil, was du immer, was du so in deinen Gehörgang reinschraubst, ne? Supergeil, find ich wirklich, find ich beeindruckend. Aber was auch richtig kacke ist und da muss ich vielleicht mal was basteln, ich hör meine Klingel nicht mehr. Der Chat hat mir jetzt schon dreimal gesagt, ey, es hat grad geklingelt. Bisher haben sie mich nicht getrollt, also danke, Daumen hoch. Ähm, aber es war jedes Mal soweit. Und, ähm, also die sind wirklich dicht, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, es gibt, äh, von dem Anbieter gibt's ja auch so ein Nackenband mit den entsprechenden Anschlüssen dran und die passen, die sind hierfür gedacht so. Und die laufen auf Bluetooth 5, leider nicht auf 5.1 oder 5.2, aber die laufen auf Bluetooth 5 und dafür hab ich mir jetzt so einen relativ günstigen Transmitter geholt, wie man den vielleicht auch aus dem Auto oder anderen Bauteilen von der, keine Ahnung, von der, wenn du deine alte Stereo, äh, Anlage noch irgendwie, äh, smart machen möchtest, ja, damit du mit dem Handy da drauf, äh, casten kannst oder so. Ähm, und hab dir dann angeschlossen und hatte erst das Problem, fuck, da ist ein Brummen drin, weil ich das Gerät selber mit Strom versorgt hab über so ein Multi, ähm, USB-Netzteil, ja? Ja. Hab das dann in einem Einzelnen gemacht, das Brummen ist weg, hab das dann mal im Game-PC ausprobiert, Delay ist völlig im grünen Bereich, also ich hab das Ausprobieren nicht gemessen, sondern einfach nur geguckt, hab ich, äh, ist es lippensynchron, wenn ich mir ein Video angucke und in den Spielen, wie, wie schnell seh ich das, dass ich in der Waffe schieße und höre ich das, ne? Also es ist, ähm, ähm, ist das Delay sichtbar. Und, äh, und es ging auch alles, hat alles, also es war alles, man hat's ein bisschen gesehen, aber nicht wirklich viel, also könnte ich mitspielen, so, kein Problem. Am nächsten Tag schließe ich das an dem Game-PC, an dem Stream-PC an, und da ist die Audio-Kette ja, der Sound, äh, wird quasi auf der Capture-Karte ausgegeben, also wandert quasi über HDMI durch die, äh, in die Capture-Karte in den Stream-PC und wird da über OBS ausgegeben. Das heißt, da ist schon mal ein leichtes Delay drin, aber auch nicht schlimm, kann man mit Leben, wenn man genau weiß, äh, ne, dann könnte es einen triggern, aber war okay. Aber dadurch, dass ich dann hier nochmal über diesen Wireless-Weg gegangen bin, hat man's halt wirklich gesehen, also ungefähr so, ich würd mal sagen, ne Drittelsekunde, so, ne, 200 bis, weiß ich nicht, 400 Millisekunden wären's wahrscheinlich schon, also 400 nicht, aber, ne, so um den Dreh rum. Ha, schade. Und seitdem denk ich, hm, baust du doch nochmal irgendwie das so um, dass das Gerät selber direkt am Game-PC angeschlossen ist und wird nur irgendwie zusätzlich zu dem Stream-PC durchgeschliffen, weißt du, damit alles an dem Game-PC hängt und alles nur an den Stream-PC weitergeschickt wird und da wird's verwurstet, aber das Doofe ist, ähm, die Soundblaster-Karte, die ich benutze, hatte ein Update auf, also die Software nennt sich Soundblaster-Command und ich finde hier keine Einstellung mehr für die, äh, für diese Stereo-Mix-Funktion, dass man über den optischen Ausgang, das, was über den Line-Ausgang geht, über die Soundkarte auch nochmal zusätzlich schicken soll, weil das war nämlich delayfrei. Na, richtig dumm. Ich hab das, früher hab ich das auch mal ausprobiert, aber, ähm, das hat er leider, äh, nicht wirklich, war halt nicht so, fand ich nicht so schön. Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz anmerken, weil wir gerade einen netten Hinweis bekommen haben, ich fühle aus irgendeinem Grund den Podcast auf Spotify noch mehr als, äh, im Stream, weiß Chat eigentlich, dass es auch diesen, äh, diesen Podcast auf Spotify gibt und dass man den bewerten kann, gut, jetzt wisst ihr es. Also diese Bewertungsfunktion, egal auf welchen Plattformen, aber auch speziell auf Spotify und auf Apple Music und so weiter, ne, also die Stammhörer benutzen, machen das alle, ne, Also die coolen, so die, also die richtigen, also... Die richtig coolen Kids, die drücken da einfach drauf, auch schon bevor sie es gehört haben, weil sie wissen, dass sie Qualitäts-Contact kriegen. Du lädst ein YouTube-Video hoch und, äh, irgendwie einem, äh, zehn Sekunden, nachdem es veröffentlicht ist, so die ersten Likes und Kommentare, geiles Video. Ja, das fühle ich. Und das ist auch wichtig. Wow. Und das ist wichtig und richtig. So, jetzt haben wir darüber auch gesprochen. Ich würde, Wireless würde ich mir auch gerne verbauen, aber irgendwann, ne, das ist, ne, 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 ne. Ja. Ne, da, da, da formel ich die nächsten, die nächste Zeit nochmal wieder ein bisschen mit dran rum, aber, ne, wie, wie du auch so deine Baustellen hast, habe ich auch so einige Baustellen und die wichtigen Sachen müssen jetzt, haben jetzt erst Vorrang. Ich hab, ich hab nur noch zwei, Jim. Zwei. Ich hab nur noch zwei. Welche denn? Nur noch das Mikrofon, das wird ja jetzt getauscht. Och Gott. Ich muss dich kurz streicheln, Baby. Schön, dass, also wirklich schön, dass du fucking sechs Jahre Dauerbetrieb durchgestanden hast. Und wehe, du bist nicht kaputt, du Arschloch. Und dann tritt's immer noch auf. Und Grafikratenheit. Du redest gerade mit deinem Kompressor, ne? Ja, ja. Okay. Ich hatte kurz einen Anflug von, ach scheiße, wir können uns ja auch mal für 500 Euro einen Kompressor kaufen. Klingt vielleicht ein bisschen geiler, habe ich dann gesagt, nee, mach ich nicht. Nein! Dann kam der innere Schwab. Nein! Wie so gewisse Transratten und E-Guys, die dann so einen riesen Turmvorverstärker und hast du nicht gesehen, weil sie sich rumstehen haben. Ich war in der Hölle am Wochenende. Letzte Woche. Bei Sascha. Maga, ich hab, äh, ich hab DMX gesehen. Mhm. Ich hab DMX gesehen. Aber ja, wenn die Grafikkarten hier drin sind, ne? Und das, das geändert wird. Mhm. Oh, dann geht's hier los. Oh, dann geht's hier los. Richtig, ihre Lichterorgel, so wie, äh, keine Ahnung. Aber leck mich am Arsch, hier ist richtig, also hier geht richtig die Party ab. Dann musst du aber auch bitte, äh, hier so ein, so ein Airhorn machen und einen auf Autoscooter und deine Stimme so ein bisschen verstellen, ne? Beziehungsweise so mit so einem, doch, da bestehe ich drauf. Boah, ich hab das gesehen, Alex, also ich hab, äh, ich hab mir ja diese Lightbars rausgesucht, äh, die, die sind, glaub ich, einen Meter lang und du kriegst dann immer pro, ja genau, du kriegst dann pro Menge, kriegst du Rabatt. Alter, die Dinger machen so ein unfassbar schönes Licht und die reagieren sofort und nicht immer nur auf, hä, 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 und drei Stunden später. Oh! Ich war im Lichthimmel. Also das werd ich auf jeden Fall, äh, das werd ich auf jeden Fall, äh, demnächst angreifen nach Grafikkarten. Also das mach ich dieses Jahr hundertprozentig noch. Wie bereits angekündigt, ne? Ja, das wird richtig schön. Kurze Zwischenfrage, hast du das Pedal von Elgato gestern gesehen? Ja, ich hab auch schon ein Auge drauf geworfen und hoffe, dass ich vielleicht ein Test-Roll-Bär kriege. Hast du dafür eine direkte Anwendung? Ja. Hab ich. Okay. Instant. Magal, spiel mal da mit Tarkov. Lean. Was? Wie unangenehm ist W drücken und dazu leanen? Wie unangenehm ist das? Weil du immer die Finger von D und A runternehmen musst. Ich schwöre dir, ich schwöre dir, Alex, das wird dein Tarkov-Game auf ein ganz neues Level heben. Lean einfach auf das Ding legen. Und nachladen. Also, ich sag mal so, äh, diese Fußpedale sind grundsätzlich ja nichts Neues, ne? Also, die gab's ja vorher auch schon. Und, ähm, ich weiß noch, dass wir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren uns mal von Christian Solmecke uns mal so Videos angeschaut haben. Da hatte er, also er hat ja mal irgendwann vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal so ein bisschen sein Setup geupgradet, sag ich mal, ne? Und, ähm, davor, ähm, also auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, dass er zum Beispiel, ähm, weil er auch immer im Gestikulieren ist, mit so einem, mit so einem Fuß-Switch gewisse Sachen steuert, ne? Die verschiedenen Kameras. Er hat ja immer zwei Camps gehabt, eine hier und eine da, so ein bisschen, ein bisschen entfernt. Und, äh, das hat das damit halt irgendwie steuert. Und, ähm, ja, ähm, die, also die gab's vorher auch schon, nur jetzt gibt's einen halt aus dem Elgato-Ökosystem. Und ich hab schon wieder auf, auf Twitter das Übliche gelesen, wie immer, ne? Ja, zu teuer, zu dies, zu das, zu jenes. Ja, was soll man sagen, ne, wenn das Teil lange hält, äh, das Einzige, was ich, was mich persönlich selber stört, ist, die Leute, die das vorgestellt haben und haben das ganz normal aufgezeichnet, da hat man ganz deutlich diesen Tritt-Sound immer gehört. Weiß ich nicht. Vielleicht wär's da sinnvoller gewesen, das ein bisschen leiser zu gestalten, weil wir kennen ja, wir kennen ja Streamer, ne? Klack. Klonk. Also ich hätte, hab ja auch ein USB-Paddle gehabt früher, das war jetzt nicht so schlimm. Ah, dann müsste man ausprobieren. Ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich eins bekomme. Also ich hab schon, äh, also ich muss mal ganz lieb fragen, ob ich mal das auseinandernehmen darf. Auseinandernehmen, weil? Na, benutzen meine ich damit. Ach so. Ja, weil ich fahr ja normalerweise Rennen viel und mein Fuß ist halt ein bisschen kraftvoller. Ich hab Angst davor. Ich hab ein Video von dem, äh, Australier Natty, äh, gesehen, äh, der das gestern vorgestellt hat und der war wohl auch einer, der das Ding schon ein paar Monate, ähm, hatte. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, bei dem Teil sind auch verschiedene, ähm, ähm, Federn mit dabei und man kann wohl das mittlere Pedal mit solchen, ähm, Plastik-Noppen stilllegen. Also, dass man nur noch links-rechts benutzen kann. Ne? Ja, weiß ich nicht. Fühl ich. Absolut. Bin ich ganz heiß drauf. Irgendwann hat Elgato dann so den Ganzkörperanzug, ne? Ey, Push-to-Talk nur, allein nur Push-to-Talk da drauf machen. Oder muten oder so. Das wär schon so geil, weil du dann immer nicht, ich hasse umgreifen. Hier, diese Bewegung, die Leute so, also wenn ich nur von meiner Tastatur von, von, also, Caps-Lock, WASD runter muss, hasse ich das schon. Finde ich nicht geil. Ist nicht komfortabel. Ich hab das früher über meinen Numpad gemacht, aber meine Tastatur hat keinen Numpad aktuell, ne? Oh. Und es war halt super intuitiv, dass du ohne hinzugucken, mal eben kurz an die, eine der oberen Tasten dranlangen konntest. Das konnte ich halt blind, ne? Ähm. Wäre auch wieder ein Argument für keine TKL-Tastatur, aber mal gucken. Einfach mal schauen. Ich hab mir einen Nummernblock wieder angeschafft, auf jeden Fall. Und auf der linken Seite lag immer ein Nummernblock, damit hab ich meine Szenen umgeschaltet. Das war einfach nur so ein, so ein Wireless, keine Ahnung, 2,4 Gigahertz Funk Num-Block und damit hab ich halt hin und her geschaltet. Das Problem dabei war halt, das funktioniert nicht, wenn OBS aktiviert ist. Also wenn's angeklickt ist, dann aus welchem Grund auch immer, also egal. Wo ist, mit dem Stream Deck geht's besser. Äh, muss Discord sein, denk ich, Refunex. Weiß nicht. Also bei mir ist alles gut. Hör ich mich bei dir nochmal an? Weitestgehend ja. Okay. Also, keine Ahnung. Hast du gesehen, dass es Discord-Applikationen jetzt gibt für Stream Deck? Ähm, ja. Äh, hab ich selber noch nicht ausprobiert. Wollte ich heute ausprobieren, bin ich nicht zugekommen. Ähm. Ähm, aber was kann das denn besser als, naja, du kannst halt alles über Hotkeys machen, ne? Es funktioniert. Immer. Du musst nicht Discord aktiv haben oder irgendwelchen Bullshit, sondern du hast eine Taste. Es gibt zum Beispiel auch ein Plugin, das hat irgendjemand geschrieben für Teamspeak. Mhm. Und das funktioniert tadellos. Machst du das auf irgendeine Taste, musst du wieder das Fenster anklicken oder du musst die Scheiße im Administrator laufen lassen. Es ist nur so ein Tünniff. Und so ist das bei Discord, ist das auch. Also, ich benutze es ja da drüben am Racing-PC, weil ich hab ja immer beides gleichzeitig an. Alter, wie oft Discord sich nicht muted. Junge. Und jetzt bin ich froh, dass, äh, dass es funktioniert. Hm. Also, ich hab's noch nicht getestet, aber das steht bei mir noch auf der Liste. Ich hab ehrlich gesagt, ähm, vier verschiedene Tasten für meine, äh, für die verschiedenen Mikrofone. Ich hab einmal, ähm, dieses Mikro zum Aktivieren und zum Deaktivieren. Das ist aber einfach nur, dass diese, ähm, dass diese, äh, diese Quelle im, in OBS gemutet oder nicht gemutet wird. Das gleiche für das Wireless-Mikrofon. Und dann für Discord die Funktion, dass ich entweder nur mein Mikrofon mute oder halt eben Mikro und Kopfhörer, ne? Und, äh, dafür wär das natürlich gut. Klar, keine Frage. Also, ach so, du hast ja keins. Entschuldigung. Hab ich, hab ich vergessen. Verzeihung. Verzeihung. Hab ich nicht dran gedacht. Kein Problem. Kein Problem. Ist für mich, äh, also, ist für mich, äh, immer noch schwer zu verstehen. Ich hab letztens, also, ich hab jetzt jemanden kennengelernt, der bei mir im, äh, Team mitfährt. Der benutzt, äh, Voice-Meeter und der macht seinen Sound übers Netzwerk. Mag er, oh, wenn ich das schon höre, oh, 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 da schaudert's mich. Aber er find ich gut, was es mittlerweile alles so gibt. Also, irgendwie schickt er über Netzwerk seinen Sound rum. Ich hab noch nicht nachgeguckt, wie das funktioniert, aber ich bin ja sowieso kein Netzwerkfreund seit NDI, also, äh. Du meinst, du meinst Voice-Meeter, ne? Ja. Ja. Also, ich hab vor ein paar Jahren Voice-Meeter benutzt und das hat sich irgendwann nach ein paar Stunden, nicht jeden Tag, auch so gerichts-sporadisch, abgestürzt, Soundfehler, Wiederholungen, irgendwelche Rauschgeräusche, so, ne? Also, wenn's bei einem funktioniert, cool. Und ich hab auch mit verschiedenen Werten gearbeitet und auch von Leuten, äh, Einstellungen bekommen, das hat alles bei mir nicht hingehauen. Also, war nicht so mein Ding. Man hat das ja damals benutzt, zum Beispiel, um bei einer Aufnahme den, äh, VoIP-Chat, äh, vom Spiele-Sound zu trennen. Das geht heute ja auch viel komfortabler. Ähm, also, benutze ich das jetzt gar nicht mehr. Also, ne? Es ist schön, dass es die Software noch gibt und auch hoffentlich, dass es ein bisschen weiterentwickelt ist, aber ich hab da keine Anwendung mehr für. Aber so viel komfortabler ist das eigentlich gar nicht geworden. Es ist immer noch genauso wie früher. Never change your running system, right? Weil, wir kennen sie alle, man out, und dann ist das da drinnen. Und die wenigen, also ich denk mal, die wenigsten würden das umgehen können. Also, was, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses Voicemeter macht, ist eigentlich nichts weiter, als eine virtuelle Soundkarte zu, ähm, installieren. Und zwar auf Windows-Software-Basis. Das heißt also, du kannst dann deinem Voice-Chat, egal jetzt ob Teamspeak, Mumble oder Discord, kannst du halt eben sagen, gib den Sound nicht auf deiner Soundkarte aus, sondern eben auf diesem virtuellen Adapter. Es gibt, es gibt auch verschiedene Software, Virtual Audio, Cable und wie es alle heißt, ne? Und dann kannst du diesen Sound halt beruten, wie du möchtest und, ähm, kannst dann zum Beispiel, äh, diese, deiner Aufnahme ganz normal machen. Also, wenn du jetzt, angenommen, dein Ziel ist es, dein Voice-Spam, dein Voice-Chat nicht auf dem, ähm, auf der Aufnahme von dem Spiel drauflaufen zu lassen. Dann kannst du das, ne, den, 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 den Sprach-Chat quasi, wie gesagt, auf deiner virtuellen Soundkarte haben, nimmst den ganzen Scheiß auf und, äh, schließt dann dein, 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 äh, Headset auch ganz normal an, aber sagt, darauf soll das ausgegeben werden, was auf der virtuellen Soundkarte, ich sag jetzt mal, zwei, ausgegeben wird, ja, auf die Weise nimmt die Standardsoftware, egal womit du es machst, ähm, den ganzen Kram normal auf und, äh, du hörst das ganz normal später wieder zusammengefügt, äh, ab. So. Ach so, wollte ich, hab ich noch gar nicht erzählt. Ähm, aufgrund dieser Thematik mit dem, mit dem Delay von dem, von dem, von dem, von dem Bluetooth, äh, Cable gedönst, ja, ne? Ich werd wohl das, das, das Mischwold wieder benutzen. Ich geh jetzt wohl dann doch wieder mit dem Game-PC und dem Stream-PC in das Mischpult rein und schließe dann den, äh, den Kopfhörer, äh, da direkt an. Ja. Okay, cool. Ja, Audio-Chain. Ja, okay, cool. Ich hab, ich hab mir sagen lassen, von aufmerksamen Zuhörern dieses, äh, Video, Slash Hardcast, Slash Podcast, die, äh, immer fleißig auf den jeweiligen Medien wie Spotify den bewerten, dass ich doch bitte nicht immer so hart mit dir ins Gericht gehen soll. Deswegen sag ich einfach, schön, Alex. Toll. Ich probier halt viel gerne rum, so, ne? Toll. Ich probier, äh, ohne Scheiß, ich probier wirklich viel, viel und gerne mit, mit den, mit den, mit der verschiedenen Thematik, also ich probiere gerne verschiedene Wege aus und mir ist durchaus bewusst, dass, äh, der, äh, anspruchsvolle Nutzer diese Lösung, die ich jetzt fahre, mit über die Capture Card, für die, über die ich mich auch jahrelang geweigert hab, das zu machen, weil es halt ein zu hohes Delay hatte, aber in der Situation, weil auch da hat mir ein aufmerksamer User, Grüße gehen raus an Bullrock, ähm, das nochmal nahegelegt und, äh, er hatte Recht, das, äh, das Delay ist nicht so hoch, wie ich das damals hatte, weil ich damals, lassen wir es weg, eine Windows-Funktion dafür benutzt habe, speist das bitte nochmal auf dem Ausgang wieder, äh, wieder aus, so, äh, das mach ich ja nicht, ne? Ja. Und das funktioniert auf jeden Fall besser, aber es ist auf jeden Fall noch messbar und auch, ähm, hörbar, dass man ein kleines Delay mit dabei hat, ne? Okay. Also ich verstehe, die, die Thematik mit dem Rumprobieren verstehe ich ja. Äh. Das Problem ist nur, ich bin da angekommen, wo ich kein Problem mehr gibt, deswegen probiere ich da nicht mehr rum. Also ich würde heute nicht so auf den Trichter kommen, mir da sowas zusammenzubauen wie du. Also. Raus da mit deinem Mikro, äh, was? Äh, okay, es hat halt gedauert, bis man rausgefunden hat, was für ein Teil kaputt ist, okay? Entschuldigung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Okay, vielleicht, vielleicht ist es kaputt, ja. Vielleicht erfahren wir das dann nächste Woche, ja. Ja gut, das waren zwei Strippenziehen, so, aber am Ende, also, ne? Wieso nächste Woche oder diese Woche? Übers nächste Woche? Die nächste Folge machen wir übernächste Woche. Ja, ja, stimmt, die nächste Folge. Ah, richtig, ja. Du könntest natürlich wieder über eine Insta-Story spoilern, so von wegen so, hey, weißt du noch, Hardcast, Zwinker, Zwinker? Entschuldigung? Entschuldigung? Aber es ist, äh, also ja, man weiß es noch nicht genau, ob es, ob es denn jetzt wirklich die Lösung ist oder nicht, mal sehen. Aber es ist halt auch, ich meine, die Sachen sind alle schon sehr alt. Was willst du machen? Irgendwann steigt halt immer mal was aus. Das, äh, bleibt nicht aus. Ich hoffe wirklich, dass es inständig, dass es das ist. Ansonsten muss ich nämlich wirklich meinen ganzen Schreibtisch auseinanderkloppen und alle Kabel neu ziehen. Oh Gott. Ist egal. Ähm. Ich bin im Flow. Einfach machen. Einfach, einfach machen. Hast du meinen OBS gesehen? Äh, man hat mir da vorhin gestern berichtet und ich hab gesagt, komm, da frag ich ihn morgen nochmal selber. Es ging um die Anzahl der Szenen, ne? Also von wegen so, Alter, hat der viele Szenen da drin? Weiß ich nicht. Ich fand's jetzt auch okayisch von der Anzahl. Ich hab gestern nachgezählt, 41. Ja. Weiß auch nicht, was Leute haben. Aber jetzt mal ganz kurz zu deiner Insta-Story, was mit den Nested-Scenes, was machst du denn jetzt mit einer Nested-Scenen? Nur Kameras. Mhm. Mehr nicht. Also ich hab alle meine, meine Kameras, äh, in Nested-Scenes jetzt gepackt. Alle. Das sind, äh, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. also dreizehn Nested-Scenen. Also mit, mit einfachen Worten, äh, du packst in eine Szene eine Kamera rein, plus Zubehör, also keine Ahnung, was du in der Kamera noch mit drin hast, und die wird dann abgegriffen, oder wie? Nee, die Szene ist einfach, also da ist Kameradram drin, die Kamera selber, und, äh, wenn jetzt Puls erforderlich ist, Puls noch mit drin, und dann ist das die Szene. Mehr ist da nicht drin. Ja. Genau. Weil, das Problem an der ganzen Sache ist, äh, ich weiß nicht, ob du auch so ein Spleen hast, aber seitdem ich aufgeräumt habe, hat jeder dieselbe Pixelabstand, äh, von Rand, oben, und ist immer an derselben Position. Und, ich kann dir sagen, wenn du, also aus eigener Erfahrung, nur jetzt mal, fürs Racen, ja, da gibt es, eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, Kameraperspektiven, wo, unterschiedliche Kameras drin sind. Das heißt also, ich habe einmal so einen Kasten, und dann habe ich einmal noch einen 16 zu 9 Kasten. Und da gibt es verschiedene Kombinationen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Fußkamera in 16 zu 9, und Facecam in klein. Und dann gibt es aber auch noch Facecam in klein, und Fußkamera in groß. Und die wechseln halt ständig durch. So, und jetzt kannst du dir ausrechnen, bei der Menge an 10, äh, wie viel, und wie oft du die Transformation kopieren, und hin und her, und dies, das, damit die alle gleich groß, an derselben Stelle, mit demselben Shit sind. Und deswegen habe ich das in die Nest-Szenen jetzt reingepackt. Das ist halt auch die einfachste Lösung dann auf Dauer, ne? Ja. Und es ist halt auch kein Aufwand, die einzurichten. Das ist ja das Beste dabei. Und das Schöne ist, OBS kann halt theoretisch mit unbegrenzt vielen Nest-Szenen arbeiten, ne? Du kannst halt Zähne in Zähne in Zähne in Zähne packen. Ja. Braucht man jetzt in den meisten Fällen nicht, aber es gibt halt sehr aufwendige Setups, bei denen das halt wirklich Sinn macht. Und, naja. Man muss es halt nur wissen, dass es das gibt. Punkt. So. Fertig. Das hat mein Leben sehr bereichert, muss ich sagen. Also das hat mein Leben wirklich buchstäblich sehr bereichert. Hat eine Menge, also es gibt ja auch diese Gruppenfunktion. Ja. Die ist totaler Trash. Die ist so scheiße. Die ist wirklich absoluter Müll. Weil wenn du da irgendwas transformieren willst oder so, dann verschiebt sich mal alles irgendwo hin und ach, leck mir am Arsch, alles Grütze. Und die Nest-Szenen, also früher habe ich das mit Gruppen gemacht und als ich mein OBS neu gemacht habe, habe ich alles einzeln eingefügt. So. Und wenn du jetzt aber drei Kameras da drin hast, dann hast du, du siehst halt irgendwann nicht mehr durch. So kannst du jetzt sagen, okay, die Neste ziehen ist jetzt Kamera, bumm, aus Ende und das kommt von da unten und wenn du was ändern willst, endest du da und es ist überall fertig. Mhm. Genau. Ja. Genau das. Nee, ich habe früher auch alles einzeln und per Hand gemacht und dann irgendwann kam, ist dieses Feature mit eingebaut worden. Ich dachte so, ah ja, braucht man nicht, braucht man nicht. Habe mir dann nochmal so einen Update-Zyklus Zeit gelassen, habe es dann eingebaut und dachte so, alter, viel geiler. Und diese Gruppenfunktion ist ja auch später erst in OBS reingekommen. Und wenn man jetzt mal sich den, die Software Xplit nimmt, die gibt es, ist ja auch schon super alt, ne? Aber mit einer Bezahlsoftware. Die konnte das schon immer. Der Editor, wie man die Szene aufbaut, der war in Xplit schon immer viel weiter fortgeschritten. Natürlich hat OBS jetzt aufgeholt und ist mittlerweile mindestens gleichwertig, eher besser, aber dass das so lange gedauert hat, ist manchmal echt anstrengend und einfach nicht gut. Nicht scheiße, aber nicht gut. So, und die Gruppenfunktion, kopier dir mal eine Gruppe in eine andere Szene. Katastrophe. Es ist wieder was ganz anderes. Die Fenster sind größer oder kleiner oder dies, das, Ananas. Es ist zum Kotzen. Ja, also es funktioniert und es ist schön, dass man Gruppen hat und für so, ich sag mal, ein, zwei Szenen mit zwei, drei Gruppen reicht das. Es ist auch völlig super und so weiter, ne? Aber, ach. Was ich allerdings sehr cool finde, ist, dass man die Szenen, dass man dem eine Farbe geben kann. Nicht die Szenen, die Sources kannst du eine Farbe geben. Also sprich, zum Beispiel. Ich will das für Szenen. Ja, darauf wollte ich hinaus, ne? Ich hab dann bei mir, früher hab ich zum Beispiel, als ich alles in einer Szene drin hatte, ohne Neste-Scenes, hab ich dann halt jedes Teil, was mit Video zu tun hatte, mit verschiedenen Kameras, dass ich eine ausschalten konnte, war halt grün und alles, was damit zu tun hatte, auch grün, ne? So ein Kamerarahmen und so weiter und so fort, das braucht man jetzt alles nicht mehr wegen Neste ziehen, ne? Und dann hab ich so verschiedene Farben gehabt und ab und zu hat man ja mal OBS gezeigt und dann so, ach, was ist das denn? Ja, kannst du einfärben. Hier, rechts anklicken, Farben, ne? Fertig, läuft. Und dann so, ja, und bei den Szenen, ja, da geht das nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das will ich auch haben. Ja. Damit sie noch übersichtlicher würden. Eben, genau. Und auch, dass man mal so einen Trenner machen kann, dann hast du halt verschiedene Sektionen, die eine zum Aufnehmen, die eine zum, keine Ahnung, Racen und die andere für Quatschen oder irgendwie sowas, ne? Dann hast du Aufteilung und natürlich kannst du halt eine leere Szene machen und die nennst du einfach nur Strich, 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 Strich. Ist auch ein Trenner, ne? Aber cooler wäre halt, wenn man halt echt eine Linie ziehen könnte. Also einfach nur sagen, hier soll ein Separator dazwischen sein. Kann OBS aber noch nicht, ne? Leider. Ich zeig das mal kurz im Stream. Oder auch nicht. Aber es sind halt alles nur so Quality-of-Life-Sachen. Das ist jetzt nichts, was man wirklich unbedingt braucht und ich wollte nur sagen, das sind noch so Kleinigkeiten, die man sich dann wünschen würde. Ich meine, OBS ist in den letzten Jahren wirklich unfassbar gut geworden und es sind unfassbar viele Funktionen reingekommen. Ich habe letztens eine Werbung gesehen. Ich habe mich durch es gegenüber eine bestimmte OBS-Funktion, die ich gesucht habe oder wollte ich mir ein paar Infos angucken und da bin ich bei einem Werbevideo gelandet von einem Ami, der eine andere Streamsoftware und ich habe den Namen schon wieder vergessen, angeguckt hat, die Alleinstellungsmerkmal komplett 3D ist. Das heißt, du kannst 3D-Objekte super einfach importieren und durchflitzen lassen und deine Kamera auf ein 3D-Objekt legen und dann das 3D-Objekt auch zerstören. Also sprich, dass das per Alerts ist schon in der Software eingebaut, dass der Chat das mit Channelpunkten oder was auch immer deine Kamera kaputt machen kann und alles hin und her wirft. Und ich dachte mir so, ja, das ist eine schöne Spielerei, aber wie schnell hat man dann die Nase davon voll und du willst ja auch nicht immer, dass deine ganzen Szenen immer, ne, dass du alles wieder resetten musst und so weiter. Also es ist cool, dass es die Software gibt, aber ich hätte dafür zum Beispiel kaum eine Anwendung oder gar keine Anwendung eigentlich. Also so sieht das beispielsweise aus jetzt bei mir im Stream kann das mal sehen. Das sind, äh, das sind die ganzen Szenen. Quasi. Das wäre cool, wenn man das einfärben könnte. Das wäre prima. Das wäre wirklich schön, wenn man das machen könnte. Aber leider geht das nicht. Ach so, jetzt fällt mir, ich hatte, ich habe die Szene gar nicht fertig gemacht. Moment. Oh nein. Idiot. Jetzt habe ich was zugemacht, weil ich nicht zumachen wollte. Ich sehe zum Beispiel bei dir im Stream auch insgesamt ein bisschen heller aus als auf meinem Sekundärmonitor. Heißt, den muss ich wohl doch nochmal ein bisschen farbkalibrieren, was? Dein Monitor? Ja. Ja, wahrscheinlich. Also bei mir hier sieht es so okay aus. Mhm. Ja. Ja, wenn du sollst dir dein Bildschirm vielleicht mal kalibrieren, ja. Wenn du das nicht getan hast. Nee, das ist nur so ein ganz einfacher Office-Monitor. Den habe ich, glaube ich, in Standard-Settings stehen. Würde mich nicht wundern. Ah. Also meine habe ich nicht kalibriert. Die sind von Haus aus so. Sehr gut. Ich habe übrigens letztens auch überlegt, weil wir gerade von diesem Routing gesprochen haben, ob ich meinen Main-Output, ob ich den anders mache, sodass ich Musik hören kann. Ich kann diese, also ich weiß nicht, wie viel Musik du hörst, aber ich kann diese Musik nicht mehr hören. Ich will meine Musik hören, weißt du? Also mir fehlt das wirklich schon. Beim Brazen, ich möchte gerne meinen scheiß Drum & Bass-Set hören, was ich morgens zum Laufen höre, weil das macht halt gute Laune so. Das pusht. Ja, das regt mich auf. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich das mache. Gut, bei deinem Audio-Setup sollte das problemlos einzuspeisen sein, ohne dass man es im Stream hört. Ja, theoretisch sollte das gehen. Zwei Buchse sind noch frei. Zwei Buchse sind noch frei. Cool. Ich habe es voll gekriegt, ne? Hast du das schon mitgekriegt? Nee. Ich habe es voll. Ich habe es wirklich geschafft, das voll zu kriegen. Ich habe keine, ich habe wirklich keine einzige Spur mehr frei. Also ein Gänge. Ausgänge habe ich noch zwei. Möchtest du das mal irgendwann dokumentieren, was du da alles angeschlossen hast? Wir können uns das jetzt gerade explizit angucken. Also ich kann das ja instant öffnen. Also daran soll es nicht scheitern. Warte. Ja, dann. Na dann. Auf geht's, meine Damen und Herren. Yippie. Also. Das ist mein Mischpult. Und das sind, äh, das sind alle meine, meine Eingänge. Es leckt ein bisschen. Ach scheiße, ich habe das auf dem falschen Dingens drauf. Ah, ich kann das gerade bei mir nicht zeigen. Soll ich dir den deshalb rüberschicken? Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nur bei dir. Sorry. Also es ist ja eh ein Podcast und kein, und kein Ding. Ne, ich habe das, ich habe das, ich muss eigentlich nur, ich muss eigentlich nur diese Szene nochmal, nochmal duplizieren. Warte, 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 warte. Lass, lass mir eben kurz, äh, eine Sekunde Zeit, ja? Ja, ich lass dir eine Sekunde Zeit. Eins. Eins. Ach warte, wir haben doch das sogar eingebaut. Ich bräuchte nur, äh, ich bräuchte nur von dir, äh, die Freigabe von OBS Ninja neu. Äh, das kann ich, ja, wollte ich dir das sagen, das haben wir ja schon mal gemacht, aber, ich glaube, ich habe das gar nicht hier drin, äh, ne, warte, gebe ich dir, gib mir eine Sekunde. Ha, siehst du, kannst du halt alles machen, äh, ne? Sind halt Profis, ne? Gut vorbereitet und so. Voll Profis. Äh. Moment. Ja, Problem. Ich habe in unseren Nachrichten noch den HDMI-Splitter drin stehen und den Displayport-Splitter. Einfach alles? Mhm. Okay. Solltest du haben. Mein Desktop. Müsste eigentlich rüberkommen. Ja. Yes, yes, yes. Okay, 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 okay. Was, was, was sehen wir da? Also das ist mein, mein Mischpult. Das gehört zum, zum Soundcraft dazu. Äh. Das ist quasi die, die Software, die mit drin ist. Man muss dazu sagen, das sind 24-Kanal-Mischpult. Also 24 rein und, äh, du kannst aber auch gleichzeitig noch acht, äh, acht raus, ne, zehn sogar. Du kannst zehn raus machen. Okay. Ähm, momentan ist es so, dass alle meine 24 Kanäle voll sind. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Also ich habe mein, mein, das hier dran, mein Kopfmic und das Mikrofon da drüben sind zwei Kanäle und man darf immer nicht vergessen, sind ja, es werden Stereo-Kanäle gemacht da draus. Also, also zwei werden eingemacht. Das heißt, du hast theoretisch zwölf Stereo-Kanäle. So, dann ist halt, auf dem Gaming-PC hast du halt hier vorne, das nennt sich halt Discord, äh, ist aber grundsätzlich erstmal Voice. Also, sprich, Teamspeak läuft da drüber und, äh, Discord. Dann ist der Gaming-PC an sich noch angeschlossen. Das MacBook ist hier noch drinne. Ich habe hier noch meine Alexa drinne. Äh, falls man im Stream irgendwann mal Blödsinn machen möchte. Die Konsolen sind, äh, bei mir angeschlossen. Die haben auch eine eigene Line, weil, das kann ich gleich nochmal zeigen. Äh, drüben der Racing-PC, äh, der läuft über USB, deswegen steht hier auch, äh, DAW dran, da ist halt Teamspeak drauf und Racing-PC an sich. Der Streaming-PC ist angeschlossen und der Ryzen-Tosh. Der Ryzen-Tosh ist quasi die zweite Soundkarte aus dem Streaming-PC, wo eigentlich mein Ryzen-Tosh drüber läuft. Da kommt aber irgendwann der, äh, der, der irgendwann mal ein Mac rein, denke ich. Also, die Line ist quasi für den, die könnte man noch rausnehmen, dann wäre noch eine frei. Und dann ist halt noch Discord drinne, von drüben, weil drüben muss ich alles trennen, damit ich, währenddessen ich fahre, äh, währenddessen ich fahre, kann dann der Stream nur die Leute aus dem Discord hören. Und dann ist halt noch Krochief, was eine Applikation ist für, äh, für, zum Fahren, der die Ansagen gibt, dann kann man den lauter und leiser machen, ohne dass man das Programm rein muss. Mhm. Und, äh, bei den, bei den Ausgängen, also, bei mir ist das jetzt, das hier ist mein, äh, mein Mikrofon, das, was ihr gerade hört, das Jim das hört, das geht quasi in den Gaming-PC rein. Und dann habe ich aber am Streaming-PC noch einen weiteren Eingang dran, also, der kommt aus dem Misch-Port raus und da kommt, äh, quasi nur, äh, da kommt quasi nur, äh, der Sound aus dem, äh, wo ist denn das jetzt? Ach, der ist gemübelt. da kommt nur der, der Sound aus dem Racing-PC quasi raus. Also, hier, das, das Discord. Das heißt, äh, über ein Kabel kommt von meinem Racing-Rechner nur, also, ins Misch-Port rein und vom Misch-Port dann zum Streaming-PC, kommt nur Discord raus, dass die Leute im Discord reden können. Ich höre sie aber nicht, aber der Stream hört sie. Oder der Stream hört sie, ja, genau. Genau. Und das ist eigentlich wie virtual, also wie virtuelle, wie virtuelle Kabel nur, äh, als Hardware. Nur als Hardware, genau. Ja, genau. Aber, äh, Soundcraft UI hat, äh, angekündigt, dass sie, man kann die Dinger jetzt in Kaskade schalten. Das heißt, ich könnte mir nochmal so ein Apparello holen, die mit USB zusammenbauen und dann habe ich 48 Kanäle. Und das feiere ich ein bisschen. Mein Chat sagt, äh, Drache sagt gerade in meinem Chat, ich hätte auch gerne so ein Pult, aber leider nicht lieferbar bis, äh, derzeit April. Ja, das ist, also, wenn man noch irgendwo eins kriegen könnte, dann würde ich mir das kaufen, ja. Das ist schon echt eine Menge Audio, ne? Ja, also, der, also, ich finde, ganz ehrlich, für mich, als ich, also, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 900, glaube ich. Mhm. Äh, du hast halt echt, du kannst aber alles machen, du kannst alles reindonnern, du kannst das hinschicken, wo du willst, hin und her, kreuz und quer, und, also, für mich ist das eine absolute Bereicherung. Und ich bin wirklich am überlegen, wenn ich irgendwo eins noch kaufen kann, mir ein zweites zu kaufen. Das ist schon sehr beeindruckend. Also, nur um das nochmal eben klarzustellen, weil natürlich auch bei mir jetzt eine, wie da nachgefragt wird, kann man das nicht auch anders lösen? Braucht man das eigentlich? Nein, man braucht das nicht, aber das ist halt Komfort und das ist halt, also, was du immer sagst, ne? Das ist halt eine Quality-of-Life-Einstellung, so, du kannst es auch hinbiegen, du kannst es auch anders machen, aber das ist halt eben eine Hardware-Lösung, ne? Mit einem, mit einem, äh, großen Mischpult in Anführungszeichen, also sich ein Mischpult für 900 Euro kaufen, dass man dann quasi Tablets und, ähm, ähm, also, dass man, dass man das virtuell steuern kann über das komplette Netzwerk, so, das, das, das ist natürlich schon mal eine Größenordnung, da musst du erstmal hinkommen. Braucht man das? Nein. Aber, aber ist das, aber ist das für dich eine, eine, eine Bereicherung, wie du gerade sagst, beziehungsweise erleichtert dir das die Arbeit? Ja. Also, die Frage ist immer, äh, also, zum Beispiel, wenn Menschen fragen, braucht man das eigentlich? Dann kann ich dir, ganz ehrlich, bestimmt 20 Gründe sagen, warum ich das brauche. Locker. Locker 20. Also, schon allein, schon alleine der Fakt, schon alleine der Fakt, dass ich, wenn ich ein Endurance-Rennen fahre, ich fahren kann, aber mein Stream alle anderen noch hören kann, macht den Stream ungefähr um 200% unterhaltsamer, weil Chat sich nicht einen Typen angucken muss, der eine Stunde oder zwei die Fresse hält. Schon alleine nur dafür ist das Ding einfach jeden Cent wert. Weil du musst nicht über Software rumdödeln, äh, du musst nichts über das Netzwerk schicken, sondern du hast physisch Kabel, äh, diese Kabel kannst du da reinstecken, du ziehst ein Kabel da hin und fertig ist. Schon alleine nur der Fakt, dass an dieses Gerät ein USB-Kabel rangeht und ich an meinem Racing-PC ungefähr 32 Audiospuren reinhabe und raushabe, spart mir so unendlich viel Geld, weil ich da drüben nicht mir Software installieren muss, die mir das aufsplittet, sondern da geht ein Kabel rein, ich kann dem Kabel, da sind, ihr müsst euch jetzt vorstellen, da stecken vier digitale Soundkarten drin. Vier. Die musste ich nicht kaufen, da steckt ein Kabel dran. So, und das sind, das sind halt Dinge, wo, also wo ich verstehen kann, wenn ich, also wenn Alex sich das jetzt, äh, äh, für sein, äh, für seine Zwecke, passt das halt nicht. Also braucht er halt nicht. Ist überdimensioniert. Überdimensioniert, richtig. So, wenn ich jetzt aber hier sitze und ich habe drei Computer hier drin und ich mag halt den Komfort zu sagen, wenn ich, äh, Jim jetzt nicht mehr hören will, drücke ich eine Taste und dann ist der aus oder ich mach den lauter und leiser oder was auch immer, äh, diesen Komfort möchte ich halt haben. Oder wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich sitze mit meinem MacBook, weiß ich nicht, irgendwo in der Küche und ich will aber nicht hierher rennen, um den Sound abzumischen, dann mach ich das da drüben auf dem Tablet oder auf dem Handy. Oder ich kann das da machen oder ich kann das hier machen oder wo auch immer ich will. Also theoretisch könnte ich sogar, wenn ich irgendwo in Norwegen unterwegs bin, könnte ich meinen Mischpool zu Hause steuern. Wenn ich das will. So, und das ist halt immer, weiß, viele, ähm, wenn man denen davon erzählt, boah, braucht man das überhaupt? Ja, braucht man. Brauchst du das? Nee. Aber gibt es Menschen, die das hundertprozentig brauchen? Absolut. Mhm. Absolut. Ist es teuer? Nee, absolut gar nicht. Da gibt es nochmal eine geilere Version von, da träume ich noch ein bisschen von, die gibt es noch von Yamaha, die kostet zwei Scheine, da geht noch mehr mit. Und das Ding würde ich richtig fühlen. Aber, braucht man das? Absolut. Ich liebe dieses Ding. Also wirklich. Das hat mir schon so viel Geld gespart und macht so schöne Sachen. Also schon alleine nur zum Beispiel der Fakt, dass jede Audiospur in diesem Mischpult einen Kompressor hat. Jede. Alle 24 Audiospuren haben einen Kompressor drin. Alle. Ja, du kannst es halt einzeln einstellen, ne? Das ist schon cool, keine Frage. Wir hatten vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, da war ich glaube ich noch auf Hitbox unterwegs, dieses Gespräch mal in einem viel simpleren, einfacheren Modus und da sagt, und dann hieß es irgendwie so, ja, warum splittest du denn deinen, damals noch Teamspeak Sound nicht nochmal einzeln über das Mischpult irgendwie? Weil dann kannst du doch deine, den Teamspeak Sound einzeln steuern, hoch und runter machen. Da habe ich gesagt, so ja, bringt mir aber nichts. Der eine ist im Discord viel zu leise und der andere im Discord viel zu laut und ich kann das mit meinem Mischpult dann nicht einzeln trennen. Wenn ich jetzt Person A habe und muss den ja sowieso im Discord anpacken und lauter machen und Person B ist im Discord viel zu laut, also muss ich sie da ja auch runter machen. Ansonsten würde ich ja nur die gesamten Levels anheben und abheben. Wenn ich jetzt nur mit einer Person im Discord bin und die ist ein bisschen zu laut, okay, dann drehst du hier ein bisschen am Knöpfchen oder am Schieberegler, dann reicht es halt auch. Keine Frage. Das stimmt, das ist auch so eine Sache, die mich noch ein bisschen stört. Das finde ich auch nicht so gut. Ich verstehe auch nicht, wieso eine Software wie Discord oder auch Teamspeak es nicht hinkriegt, den Sound zu normalisieren. Also zu sagen, alles was reinkommt, wird auf dieselbe Lautstärke in etwa gepegelt. Das muss doch auf deren Seite am einfachsten möglich sein. Oder ist das dann wieder ein Delay, was sie nicht wollen? Keine Ahnung. Es gab mal für Teamspeak so ein Plugin, das konnte das wohl, aber ich glaube, das waren auch Teamspeak zwei Zeiten, not sure. So ein Normalizer. Das wäre schön, ja. Ja. Das wäre richtig cool. Am besten so eine Mischung aus einem Limiter, Kompressor, der, der, ja, wie gesagt, den Sound normalisiert und immer ungefähr, so wie das ein Spotify macht, dass du eine Option in den Einstellungen wählen kannst, die Musik soll immer ungefähr gleich laut sein. Ja. Sound normalisieren, läuft. Ich habe das bei einem, hier, bei dem Kollegen, der seinen Sound über Netzwerk verschickt. Der sitzt an seinem Laptop dran und du stellst ihn halt, weil er an seinem Rechner, Gaming-Rechner ist ja so fuhrzleise, da musst du ihn auf 140% stellen. Gestern kommt er mit dem Laptop rein, oh, was mit die alte Schnauze. Junge, da fällst du gleich aus dem Stuhl. Das regt mich so auf. Also, ich würde mich auch sehr freuen, wenn es das mal geben würde, dieses Tool. Ja. Kauf dir übrigens, derjenige ist gerade da, kauf dir nicht UI16, kauf dir das Große. Believe me. Kauf dir nicht das Kleine. Ich erzähle dir nachher in Ruhe, warum das Große. Kauf dir bitte das Große. Do it. You need it. Übrigens, ich glaube, wir sollten doch mal standardmäßig Teamspeak benutzen und nicht Discord. Ja. Weil, diese, dieses leichte, digitale Fail-Geräusch, was, was, was ich jetzt, das höre ich bei dir, also vorhin war es nicht so krass, aber jetzt ist es halt schon ein bisschen stärker. Es ist nicht so schlimm, dass ich sagen würde, wir müssen das jetzt sofort wechseln und aufhören und so weiter, aber, es ist auf jeden Fall schon eine Einschränkung in der Soundqualität, aber schon deutlich höher. In der nächsten Folge treffen wir uns im Teamspeak. Gern. Ja. Dann werde ich das bei mir nochmal, nochmal gescheit einrichten. Ich habe gerade, ich habe gerade gehört, es gibt noch eine Nummer in Größe. Mo, 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 was, Moment. Ich gebe jetzt noch ganz viel Geld für Licht aus, dem ich so voll geil so. Was? Moment. Was? Soundkraft hat was größer? Nee. Das wollte ich gerade sagen. Das hätte mich ja gewundert. Das hätte ich gewusst. Oh, das Ding gibt es, es gibt von Yamaha so ein Ding, ne? Ey, da habe ich so Bock drauf, Jim. Alter, da kannst du aber richtig, volle Esse kannst du reinhalten. Hm. 2.000 Euro für Sound? Ja. Ja, na, also ich sage mal, das würde jetzt hier, hier nicht mehr so viel auffallen, ehrlich gesagt. Das würde hier, ich merke das immer, wenn ich gerade mit jemandem darüber spreche, also jetzt zum Beispiel Jungs, ähm, mit Agent Engel heißt ja, wenn der sein Sound über ein Netzwerk verschickt. und ich sitze dann immer so davor und höre den Leuten zu und denke mir immer so, boah, das ist ja richtig krass. Das geht? Und überlege mal, was wir früher gemacht haben. Also früher hast du mit zwei Soundkarten, also so habe ich das gemacht, über digital, äh, von dem einen auf den anderen quasi so ein, so ein Loop gemacht, gebaut und damit das irgendwie auseinanderklarbüstert. Und wenn du denn mal, also, weiß ich, Moment, ich muss mal kurz, ich gehe mal kurz gucken. Also das, was Nils meint, ist, du hast zum Beispiel eine Soundkarte mit einem Ausgang und einem optischen, also einen optischen Ausgang und einen optischen Eingang, ne? Es gibt, man braucht natürlich nicht Optik nehmen, aber ich habe damals extra zwei Soundkarten gekauft, die denselben optischen Aus- und Eingang hatten, also, ne? Und optischer Eingang ist bei Soundkarten halt nicht so verbreitet, aber es gibt sie halt, ne? Also auch im bezahlbaren Bereich so mit dabei. Und da konnte man halt eben aus dem optischen Ausgang rausgehen und in den optischen Eingang wieder rein. Ja? Und wahrscheinlich ist, äh, ja, was möchtest du uns jetzt gerade zeigen? Das Ding ist halt, dann hast du dir so ein Ding gekauft und du dachtest dir schon so, boah, du bist ja ein richtig krasser Ficker. Und dann irgendwann, naja, doch nicht mehr. Also die Evolution, gerade wenn man das so mitkriegt bei, 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 Streamern, die jetzt da quasi anfangen, ist so, ich könnte das gar nicht mehr. Ich könnte das wirklich nicht mehr. Also ich sag dir, wie es ist, wenn es hier brennen würde und hoffentlich niemand verletzt wird und so, bla 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 und ich müsste jetzt wieder, also man würde sich was, dann was Neues wieder aufbauen, das, das fände ich überhaupt nicht, also ich, natürlich schlimm, es brennt hier, will niemand erleben und so weiter, ne? Aber, ähm, an einen PC zu gehen und dann vielleicht erst mal mit einem Single-PC zu streamen und so weiter, also ich glaube nicht, dass ich da ein wirkliches Problem mit hätte, wirklich nicht. Oh, ich würde es hassen. Ich kann das, ich kann das sehr gut. Ja, also ich könnte das auch beim Messer auch so, aber auf Dauer könnte ich das nicht. Ey, das ist halt, also es ist wirklich so ein, es ist halt so ein Komfort, den man für sich geschaffen hat. Also schon alleine zu sagen, das mit dem, also das mit dem Discord beim Fahren, dass du einfach drei, vier Klicks, zwei Schieberegler hoch und dann ist das fertig so. Drei, vier Klicks? Das läuft nicht automatisch? Na, jetzt mittlerweile ist es nur noch einmal entmuten und dann läuft. Aber du musst ja die Schieberegler hochschieben, die du übertragen willst. ja, ja. Man kann leider nicht alles automatisieren. Aber das Mischpult, Junge, das hat, das ist so alt, ne? Welches ist das? Ich, ich sehe schon das Logo, ja. Das habe ich dir damals auch empfohlen, du wolltest es ja nicht kaufen. Ich hatte die kleinere Version mit den, mit den Drehknöpfen. Ja, du wolltest es ja nicht auf mich hören. Leute wollen immer nicht auf mich hören, sie wollen dann immer was anderes kaufen. Ne, 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 du hast mir auch das kleinere empfohlen. Ne. Ja, 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 natürlich, klar. Du hast gesagt, du hast gesagt, das hier würdest du, das große würdest du mir empfehlen und ich habe gesagt, das Budget möchte ich dafür nicht rein, reingehauen, weil ich das, ne? So. Und dann war die Aussage, ja, mit dem Kleinen geht das, was du machen willst, auch. Ja, da hast du aber auch nicht geäußert, dass du Schieberegler haben willst. Was auch gar nicht so dramatisch ist, weil ich, also das finde ich wirklich nicht, wirklich nicht, also danach wollte ich ein Mischpunkt mit Schiebereglern haben, das stimmt. Das ist alles gut, ne, aber, ja, das stimmt schon. Das steht einfach schon. Das steht einfach schon. Ich habe das verkauft, ne, meins. Hast du? Ja, natürlich, klar. Also, wirklich, ich verschenke alles, aber das verschenke ich nicht. Also, das verlässt niemals mein Haus. Und wenn das noch 30 Mal mit mir umzieht, ne. Ich habe mein, ich habe mein Yamaha, habe ich weggegeben, mein kleines, MX, äh, MX-10U, aber das, ne. Das, ey, ich könnte das sogar jetzt instant wieder einen Tisch einlassen, ne? Ne, das, das verhalte ich. Ey, das Ding hatte, also, ich habe mir ganz viele Reviews angeguckt damals von, von Podcastern und die haben alle Mackey gekauft. Alter, das Ding war einfach, das war, das war der Shit damals. Mhm. Und das hat nicht mal 200 Euro gekostet. Ne, ich glaube, 230 Euro hat das gekostet. Ne, das war ein bisschen teurer, das gekostet. Ne, hundertprozentig nicht. Hundertprozentig, das war nicht teurer, das war nicht viel teurer. Warte, ich gucke. Ja, guck mal eben nach. Ich meine, das hätte schon das Kleinere gekostet, du. Ja, das Größe war auf jeden Fall, äh, ein bisschen teurer. Ne, also, was, was, was eine Funktion war, die ich damals machen wollte, oder haben wollte, war halt eben, dass du ganz normal abmischen kannst und hast dein Mainout. Das kann jedes Mischpult so in irgendeiner Art und Weise, ne? Und dann kannst du verschiedene Gruppen anlegen. Das kann dann wiederum nicht jedes Mischpult. Also, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte auf meinem Kopfhörer jetzt Gruppe 1 hören. Das wäre zum Beispiel, ähm, den Voice Chat, das Game und mich selber auch noch, Sowas in der Richtung. Und auf der anderen Gruppe möchte ich mich, äh, möchte ich zum Beispiel den Voice Chat nicht hören. So, das kann auch nicht jedes Mischpult. Das kann, das Mackey aber schon, meine ich, weiß ich nicht genau. Und meine Funktion, die ich haben wollte, war, dass ich auf einem weiteren Ausgang, also einem AUX-Ausgang oder sowas, äh, einzelne Kanäle drauflegen kann. Also, zum Beispiel mein Mikro. Das heißt, dass man das Mikrofon an das Mischpult anschließt, entweder noch vorher durch den Kompressor oder nicht, sehr egal. Und, äh, dann hat man das Mikrofon in dem Main Mix drin. Aber du kannst dann auch sagen, das Mischpult soll auf einem Ausgang auch nur das Mikrofon drauflegen, damit ich das wieder zurück zum Game-PC schicken kann. Eine ganz einfache Sache eigentlich, äh, was einige Mischpulte können und einige nicht. Gerade die kleinen können es meistens nicht. Doch, mit dem Trick. Ja, mit dem Trick geht das immer, aber wir reden jetzt, äh, verrat uns deinen Trick. Das Ding nennt sich FX-Cent. Das hat aber auch nicht jedes Mischpult. Ah, ich würde mal fast behaupten, selbst die ganz kleinen Dinger haben das. Yamaha AG03 FX-Cent. AE, wie heißt das? AG03. doch, wette ich mit dir. Ja, ich kenne das nicht. Ah, ich müsste nachgucken. Ich weiß es nicht. Das, was ich jetzt hier so sehe, weiß ich nicht. Theoretisch könntest du das, glaube ich, aus dem Foot-SW rausdonnern. Nein, der Foot-Switch ist nur für ein, für ein, äh, der Foot-Switch ist nur, ähm, da schließt du ja nur einen Schalter an. Das ist kein Ausgang. Der Foot-Switch macht ja nur, dass du einen, dass du ein Relais hast und drückst drauf oder drückst, also das ist aktiv, also an oder aus. Du hast recht. Mehr, mehr nicht. Also, wenn ich jetzt nur mir die, äh, die lustigen Bildchen von dem, von dem, äh, von dem Teil angucke, dann würde ich sagen, eventuell kann man es über, ähm, über den Monitor-Out noch einzeln rausziehen, aber das... Nee, Chris kann es ja nicht zuweisen. Der Monitor-Out ist ja immer alles. Aber, wie gesagt, am Ende des Tages, das wollte ich halt haben. Und jetzt das Problem, dass Mackie konnte das, aber die, die, die Qualität, in der das da übertragen wurde, war, also die kleine Version, ich hab nicht deinen Mischpult, die kleinere Version davon, aber die, die, äh, die Qualität, in der das übertragen wurde und ich hab Leute gefragt, ich hab Sachen eingestellt, ich hab Sachen verausprobiert, egal was ich angeschlossen hab, egal wie ich's eingestellt hab, die klang immer ein bisschen blechern. Ich war damit nicht so richtig zufrieden. So, das war nicht so schön. Bist du da mit, äh, Klinke an Klinke gegangen? Also, bist du mit kleinen Klinke in deinen, äh, Rechner? Nee, der Mainout ging dann in den Converter und ging dann über den optischen Eingang rein. Ja, und das Mikrofon, was du einzeln verschickt hast? Das ging auch in den Converter, weil ich ja beide, in beiden PCs dieselben Soundkarten drin hatte. Und das war kacke? Ja. Okay, du hast ja abgefahren. Ja. Also, weil bei kleinen Klinke ist, äh, bei, bei kleiner Klinke, also dreieinhalb Millimeter, klingt das oft scheiße in den Soundkarten? Gesundheit? Mhm. Äh, da klingt das oft scheiße. Ich musste das auch ändern bei mir. Aber hab ich, also hier kamen immer, sehr gut raus eigentlich. Und dann hatte ich Bedarf nach mehr Spuren und nach mehr Funktionen. Und dann hab ich mir das, äh, Yamaha 12, äh, nee, MX 12 MU, heißt das glaube ich, ne? Geholt. Und dann, das hat bisher, äh, seinen Dienste immer schön getan. Aber das hab ich jetzt aktuell in Rente geschickt, weil, äh, jetzt ein Audio-Interface ausprobiert wurde. Äh, auch das von Elgato halt, ne? Das WaveXLR. Und ich brauche jetzt gerade nicht so den, ich hab nicht so den Mixing-Aufwand. Ich benutze das halt nicht. So, und deshalb, wie du vorhin schon sagtest, das Soundcraft wäre für mich halt einfach überdimensioniert. Das wäre jetzt nur so ein Ding, das würde ich mir hinstellen, um zu sagen, so, schaut her, ich hab auch ein Soundcraft, ha, ha, ha. So, also, ich brauche es halt nicht, ne? Ja. Obwohl ich schon gewisse Anwendungen für mehr als ein, zwei Eingänge hätte, theoretisch. Ja, das ist halt, also ich mein, es gibt Menschen, die haben sich das gekauft und benutzen das nur via USB, um drei Quellen anzugeben. Stay? Was? Ähm. Hab ich nicht gehört. Ich weiß nicht mehr, wie du meinst. Aber es ist auch, du, auch selbst da ist das vollkommen okay, weil du viele Dinge hin und her dödeln kannst, so, und du brauchst einfach nur ein Kabel. Also selbst da ist das völlig legitim. Mein Chat sagt gerade, oder, äh, Iroke in meinem Chat fragt gerade, und genau das hab ich euch bei den letzten Tagen gefragt, wie sie meinte, ja, klinke da rein, klinke da rein. Jim sagt, es wird nicht funktionieren, wie die Ley. Nee, Iroke, das hast du mich nicht gefragt. Das hast du mich nicht gefragt. Was für die Ley? Es ging dabei um, äh, das, äh, das, ähm, potenzielle Audio-Delay, wenn du von einem PC in den anderen gehst, mit über die Capture-Card oder über die Sound-Karte und so weiter und so weiter. Also wenn ich, wenn ich mein, zwei Sound-Karten habe, wie du vorhin beschrieben hast, die ursprüngliche Version ohne Mischpult, also sprich, du hast ein Game-PC und gibst, äh, da den Sound zusätzlich über die Sound-Karte einer optischen, äh, äh, noch zusätzlich aus und gehst damit in den Game-Stream-PC rein. Ist das Delay-frei? Richtig? Weiß ich nicht, ich hab ihn noch nie probiert. Okay, ja, also das war die, ähm, das Ding, was mir damals Cravitz, äh, geholfen hat, äh, aufzubauen, meinen ersten Game-Stream-PC, ne, ähm, das war genau das Ding. Kein Mischpult, du gehst aus dem Game-PC über optische, äh, über Optik raus, gehst in den Stream-PC rein und, ähm, hast dann kein Delay, weil, weil, weil das halt eben nicht über die Windows-Funktion, ähm, Stereo-Mix geht, sondern weil das die Sound-Blaster-Software selber konnte und weil die, äh, Sound-Card, das halt beides simultan auf beiden Ausgänge ausgeben konnte, an der Klinke, ne, also an dem das Misch, äh, der Kopfhörer dann hängt, als auch, ähm, über den Optik aus, so. Und das ist halt wirklich die einfachste, simpelste Art und Weise, einen Sound von, äh, dem Game-PC komplett drüber zu geben an den Stream-PC, mit ganz vielen Nachteilen, äh, aber grundsätzlich funktioniert das, ne, da brauchst du kein Mischpult und gar nichts. Ja. Aber, mit einem Mischpult, wie du schon vorhin gesagt hast, hast du dann die Möglichkeit, jeden Channel mal eben so anfassen, Knöpfchen hoch und runter schieben, ne, oder Schieberegel hoch und runter schieben, das ist natürlich viel besser, müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, wo ich das gerade lese, äh, 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 dann hol dir einfach einen Adapter von dreieinhalb Klinke auf, äh, XLR, dann kannst du deine Boxen anschließen. Boah, Adapter, es gibt für alles Adapter. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, PK war, äh, 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 nee, Iroh war das, ne, die hat mich auch gefragt, aber diese Frage habe ich schon wieder ein bisschen, also ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich reagiere immer allergisch auf solche Fragen, wie, kannst du mir mal das erklären? Weil das ist meistens so eine Frage, weil sich da noch jemand nicht mit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, bei, bei, äh, bei Iroh war das auch so. Bei, also, zum Beispiel, ich meine mal ganz ehrlich, ne, das hier, hier geht nur ein Kabel rein, XLR. Wo willst du hin? Die Frage beantwortest du dir selber, dreieinhalb Klinke, sechseinhalb Klinke, oder auch wie der XLR. Fertig ist. Und hier, also jeder, zum Beispiel, was das hier hinten angeht, das sind Inserts, das ist quasi, äh, da kannst du was zwischen schalten, das heißt, dein Mikrofon geht hier rein, dann geht das da raus und dann in Main Out. So, und das sind so Dinge, wo ich mich immer frage, und das meine ich nicht böse, sondern wirklich, ich versuche das jetzt gerade mal zu verstehen, das ist doch wie Lego. Also, sechseinhalb Millimeter Klinke ist doch nun mal sechseinhalb, da geht ja nichts anderes rein, in diese Buchse. Und wo willst du hin? An deinen Computer. Also, dein Kopfhörerkabel geht ja auch nur in die Kopfhörerbuchse rein. Und deswegen ist für mich immer, verstehe ich nicht diese, also ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn Menschen den Auxent nicht kennen, also wo du separat Sachen einzeln verschicken kannst, das kann ich ja verstehen. Aber die grundsätzliche Verkabelung, also wirklich mal ein Hinweis für euch, sich hinsetzen, einen Stift nehmen, oder digital, nimm dein iPad, was auch immer, wenn du Papier sparen willst, und dann malst du dir auf, was du möchtest, und dann überlegst du, welche Kabel du brauchst und was für eine Geräte du brauchst. Weil das ist wirklich, es ist nur Lego, es ist nichts anderes. Was willst du hören, und was soll wohin? Und das ist halt wirklich, wenn du einen Adapter brauchst, wie jetzt zum Beispiel, was PK schreibt, ich kann an meinen GoXLR keine XLR-Boxen anschließen, dann sollte man überlegen, gibt es vielleicht einen Adapter von 3,5 mm Klinke, der Boxenausgang bei, beim GoXLR, auf XLR, in Stereo. und dann suchst du das und dann findest du das binnen zwei Minuten und dann bist du fertig. Also diese, zum Beispiel der Schallplan, der bei mir in meinem Hardware-Sheet drin ist, der ist selbst erklärend. Der ist sehr verwirrend, gerade wenn du, also eins muss man mal ganz klar dazu sagen, Audio ist in der Regel Pain in the Ass, gerade wenn du anfängst mit Streamen und du bist bisher nur gewohnt, dass du ein Mikrofon direkt an einen Computer anschließt, im einfachsten Fall hast du dann auch ein Headset auf, das quasi ein Mikro am selben Kabel hat, sag ich mal, oder das ein USB-Gerät ist oder sowas. Wenn du dich anfängst damit zu beschäftigen, ist das eine der Hürden, die man halt irgendwo nehmen muss und ich verstehe auch, dass man da versucht, die Information irgendwo herzukriegen, so in der Richtung und wie du gerade schon gesagt hast, man muss sich damit halt dummerweise ein bisschen auseinandersetzen. Und das Verständnis ist aber so, bei den Mischpulten, bei den meisten Mischpulten ist sogar ein Diagramm aufgezeichnet auf dem Mischpult selber und zwar hast du eine Gruppe, da kommt was rein, dann wird es weitergegeben an die zweite Gruppe, da kann man was verstellen und dann geht es weitergegeben an die dritte Gruppe und da kann man sagen, wo es hin soll. Und das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt und als ich es gecheckt habe, dachte ich so, ach, ja, so geht das ja gar nicht. Also da habe ich dann irgendwie, da habe ich mir meinen eigenen, da habe ich mir selber ein eigenes Problem gemacht, ja. Es ist halt Learning by Doing und ich sage es euch so, wie es ist, Tutorials gucken helfen euch nicht. Tutorials gucken hilft euch nicht. Das wird euch an keiner Stelle weiterhelfen, weil du in deinem Kopf, die Wege, du musst die Wege in deinem Kopf haben, was du willst. Weil ob dir jetzt Jimpanzer erklärt, wie man GoXLR anschließt und welche Drehregler man da schiebt oder nicht, das wird sich bei dir nicht verankern. wenn ich dir erzähle, wie viel, also wie alle 50.000 Meter Kabel in dieser Wohnung verkabelt sind, wird dir das nicht helfen. Dir wird das nicht helfen, weil in deinem Kopf ist dein Plan ein anderer. Und wenn jetzt zum Beispiel, also der Beste, das Beste war glaube ich vor drei oder vier Wochen kam jemand, erklär mir mal bitte dein Mischpult. Ich habe mir das auch gekauft. Warum kaufst du es dann? Wenn du nicht mal weißt, was du damit machen möchtest. Also ich verstehe, dass Menschen sich Optionen holen müssen, aber was Audio angeht, ist die einzige Option, die ihr in eurem Kopf immer durchgehen müsst, wie viele Geräte möchte ich anschließen? Und das ist die einzige Frage, die ihr euch erstmal beantworten müsst. Mehr nicht. Alles andere ist völlig irrelevant, weil Mikrofone gibt es genug und Kleinmixer haben nicht genug Stereokanäle, aber da gibt es nochmal Wisdom. Man kann zum Beispiel zwei hier, zwei XLR, kann man zu einem machen und dann kann man hier die Balance auf rechts drehen und einen auf links und dann hat man auch einen Stereokanal. Beispielsweise. So. Aber das sind die Dinge, womit sich Menschen nicht beschäftigen. Und das ist immer so ein Ding, wo ich euch ganz wirklich sehr gerne den Rat mitgeben möchte. Befasst euch damit stundenlang. Weil dann könnt ihr euren Scheiß alleine fixen und zwar sehr schnell. Also, als ich mein erstes etwas größeres Mischpult hatte, das war das Mackie, für mich war das ein größeres Mischpult, auch wenn es für dich vielleicht die kleine Version ist. War so das erste Mal so. Und ich habe das angeschlossen und ich dachte so, ah fuck, wo kommt das denn jetzt rein? So, ja hier, dies, das, zack, bla 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 bla. Und es kam nichts raus. Es kam einfach, es ist einfach stumm geblieben. Das kann doch nicht sein. Das leuchtet, das geht. Guck mal, da geht es rein. Nochmal woanders angeschlossen. Jo, nee, kommt ein Sound raus, dies, das, jenes so. Und, ähm, ja, also die Gruppe war halt aus, ne? Also, Klick, Gruppe war an, Sound kommt. So, und das hat halt eine Stunde gebraucht, bis ich das dann gesehen habe. So, weil ich es nicht wusste. Ich wusste es halt nicht. Ich wusste es nicht und ich habe nicht in die Anleitung geguckt. Da war nämlich ein Crashkurs drin. Das ist bei den meisten Geräten der Fall. Bei den Profigeräten eher weniger. Ja. Bei den Konsumergeräten ist sowas immer eigentlich ein Crashkurs mit dabei. Und dann lief das. Aber, ähm, aber ja, also Sound war für mich am Anfang auch einfach scheiße, ne? Das einmal einzurichten, dann lief das nicht. Und dann hast du Probleme. Und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, dann hast du einen Surren mit drin. Und dann kommen eben so diese ganzen Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, du hast vielleicht ein nicht geschirmtes Kabel benutzt. Oder du willst den, Sound vom, an den, an den PC weitergeben. Und da kommt dieser, dieser, dieser Fehler mit rein. Weil du hörst ihn auf deinem Kopfhörer nicht, aber im Stream ist da zu hören, so, ne? Wie kommt das zustande? Ja, okay, weil dein Mainout, den du am Mischpult mixt und an den Stream-PC gibst, ähm, hast du vielleicht, gehst du über ein Klinkenkabel. Und das liegt vielleicht zu nah an einem, an einem, an einem Stromführenden Kabel oder sowas, ne? Und, äh, die meisten Streamer haben dann früher und heute immer noch, äh, gehen dann halt quasi in den Audio-Converter und, äh, gehen dann quasi über einen optischen Eingang zum Beispiel in den PC mit rein, so, ne? Ich erinnere mich, dass von dir und auch von diversen anderen Leuten, die haben dann ihre Kisten und ihre Boxen gezeigt, wo dann halt so fünf, sechs Audio-Converter nebeneinander waren, in beide Richtungen, ja, von, von digital in Optik und, äh, von, von, ähm, von Klinke in optisch und von, äh, optisch in Klinke und, ähm, wie das dann angeordnet war. Und das habe ich immer noch, das habe ich hier unter meinem, meinem Tisch, das ist immer noch da drin, so, ne? Du brauchst es nicht mehr. Ich habe es, doch, ich habe es immer noch. Ja, okay. Ich nutze es heute noch. Jedenfalls, ähm, jedenfalls, wenn du, wenn du über ein optisches Kabel gehst, hast du dieses, ähm, so ein Phänomen in der Regel eigentlich nicht mehr. Das kann da nicht auftreten. So, und, ähm, ja, aber das sind zu Kleinigkeiten. Das sind zu Kleinigkeiten. Und ganz ehrlich, ich hatte früher, äh, zwei Mikrofone, ein, boah, was war denn das? Das andere war, glaube ich, mein, mein Kopfhörermikrofon von dem, von dem, Bidynamic, 97 PV und, ähm, das waren so meine drei großen Mikroeingänge, die ich haben wollte. So, dann hast du noch den Game-PC, den Stream-PC, dann hast du spaßeshalber mal den Sound über ein, keine Ahnung, Tablet oder sowas, also den, 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 den Musik-Sound eben da rein eingeschliffen und das habe ich dann später wieder deaktiviert und dann dafür brauchst du ja dann schon so und so viel Stereo-Kanäle so, ne? Also du musst dein, musst dein Mischpult ja so und so viele Kanäle haben. Also wenn du auf dem Mischpult stehst, es hat 24 Kanäle, dann sind das 24 Monokanäle, richtig? Ja. Also kannst du damit zwölf Stereo-Kanäle betreiben. So, also hast du einen Zwölf-Kanal-Mischpult, sind es nur noch sechs Stereo-Kanäle. Ja. Das ist schon lustig. Oder wenn man das erste mal, oh, weißt du noch, Dizzy, früher, wenn du das erste Mal ein Audio-Interface hast und hast dein Mikro an OBS angeschlossen und warst aber nur auf der linken Spur, weil, weil, weil das ja nur ein Monokanal ist und OBS ich dann dachte so, naja, er meint ja bestimmt den linken Kanal. Habe ich heute immer noch. Ja, natürlich. Habe ich mich letztens auch gewundert, by the way. Ist mir letztens auch passiert, ja. Aber das sind halt so Erfahrungen, ich habe so das Gefühl, die Erfahrung möchte gar keiner mehr machen. Weil in der Vielfalt von Tutorials ist es halt einfach so, dass der Mensch sich damit nicht mehr auseinandersetzt. Und das finde ich immer voll schade, weil dir das am Ende nicht springt. Also ich sage mal so, wenn du bei YouTube nach dem Tutorial für unseren Kompressor suchst, den, ähm, den, den, den DBX. Ja. Äh, dann findet man relativ schnell ein Video, das geht irgendwie, ich weiß gar nicht, knapp 20 Minuten sowas und da erzählt jemand, welche Einstellung er gemacht hat und was diese Einstellung macht, was er eingestellt hat, ist für mich relativ zweitrangig. Natürlich habe ich am Anfang auch einmal dieses Setting so gemacht, so, ne. Aber er hat erklärt, was er gemacht hat und das hat mir dann eben so dieses Wissen vermittelt, so von wegen so, ah, okay, ja, dann, das ist dafür verantwortlich, wusste ich halt nicht besser, ne. Ich habe das ja nicht gelernt oder studiert und habe dann so meine eigenen Werte gemacht und ich habe auch mal einen anderen Streamer angeschrieben, hier, Powie. Der hat nämlich dasselbe Mikro und der klang irgendwie immer viel runder und ich verstehe auch, dass jede Stimme über jedes, über die das gleiche Mikro unterschiedlich klingt, ne. Beste Beispiel, äh, Sascha oder auch du mit deinem, ähm, mit deinem, ähm, Headset-ähnlichen Mikrofon, ja. Ähm, und mir ist schon klar, dass jede Stimme über die Mikrofone auch unterschiedlich halt irgendwie klingt und dass es nicht gleich ist immer seine, seine Settings zu mir mal geben lassen und, ja, Überraschung, die waren relativ dicht an meinen dran, aber seine Settings haben bei mir natürlich nochmal anders geklungen, so, ne. Keine Frage. Aber da muss man halt auch einfach durch und ganz ehrlich, dafür sind, gibt es ja auch eine Menge Ansprechpartner und ansprechbare Menschen, die auch auf YouTube zum Beispiel OBS-Tutorials hochladen und mal ein paar Sachen erklären können in ihren Streams und, oder, ne, bei uns auf dem Discord auch gibt es einen Help-Bereich, um sowas zu machen. Ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, ist ja okay. Nein, ich dachte, entschuldige, nein, 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 ich lachte, nein, 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 darüber lache ich nicht. Ich lachte gerade darüber über das Tutorial, die besten Streaming-Einstellungen 2022. Ja, das ist klingt und er macht einfach nur den Autopiloten da durch. Und ich stelle mir dann immer so, toll, tolle Einstellung. Übrigens, ich droppe jetzt kurz Wisdom und das ist ein großes Geheimnis eigentlich. Es gibt bei OBS die Möglichkeit, das mache ich jetzt, das ist das Kirschchen oben drauf, okay, den Bonus gibt es euch jetzt. Den kriegt ihr jetzt quasi, aber nur, wenn ihr den Podcast bewertet auf YouTube. Es gibt übrigens einen Trick, wie ihr noch ein bisschen mehr aus euren Einstellungen rausholen könnt und das wissen ganz viele Leute nicht. Es gibt die Buffer-Size. Wartet kurz, ich sage euch das ganz genau, wie das heißt bei OBS. Und das machen ganz viele Leute falsch. Und zwar, wenn ihr bei der Qualitätsmethode bei OBS CBR einstellt, könnt ihr die Bitrate angeben von 7500 Kilobytes. Und ganz viele Leute stellen das ein, aber nicht ihre Puffergröße. Macht die Puffergröße genauso groß wie eure Bitrate. Trust me. Do it. Das machen ganz, ganz viele Leute falsch und es steht in keinem Tutorial der Welt, redet jemand darüber. Ich kann euch ehrlich gesagt nur dazu raten, das zu tun, weil das holt gleich nochmal schnuckelig ein bisschen mehr aus eurem Stream raus an Qualität. Aber Dizzy führt die Puffergröße, wenn man die hochstellt, nicht dazu, dass sie das Delay vergrößert? Nein. Was macht die Puffergröße denn genau? Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass das Bild schöner wird. Das kann ich dir sagen. Das ist zum Beispiel ein Ding, was bei mir, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht der Kompressor, was macht der Kompressor ganz genau, könnte ich dir das auch nicht sagen. Aber ich weiß, was er tut, wenn ich es dann drehe. So ein Ding ist das. Also es tut mir, das ist genauso wie mit den, das ist genauso wie mit den X264 Settings. Da hast du auch Parameter drinne und dann kannst du auch, also ich kann auch nicht jeden Parameter erklären. Kann ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist halt über Jahre das Ausprobieren, ist halt auffällig, geworden, dass es besser ist. Ich wollte noch mal in kurz eine Kleinigkeit zu den OBS-Tutorials auf YouTube sagen. Die meisten Menschen, die Videos auf YouTube hochladen, haben eine Idee, was sie gerne für Videos hochladen möchten und haben sich ein bisschen zum Beispiel mit einer Software auseinandergesetzt, sagen wir mal OBS, und machen dazu Tutorials. Das ist ja auch schön und gut. Aber die meisten Videos, die da gemacht werden, werden nur gemacht, weil man denkt, man kann gewisse Sachen besser als andere oder man sieht die Möglichkeit, dass dieses Video sich vielleicht schnell und groß verbreitet und dann hat man auf einmal ein Video, das viele Klicks hat und vielleicht möchte man damit Geld verdienen. Und viele von diesen, die besten OBS-Settings fangen halt schon mit Scheiße an. Und dann gucke ich die nicht weiter. Der Klassiker ist, ja, hier stellst du die Bitrate ein, da solltest du nicht mehr als 6500 nehmen, ansonsten wirst du von Twitch gesperrt. Die erlauben nämlich nicht mehr. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich mir das Video halt nicht angucken, weil diese Information ist halt falsch. Aber wie halt auch, wie halt dann aber auch keiner erwähnt, dass man das auch ausmachen kann. Also mein, mein Favorit ist immer, also ich hab da schon 10.000 Bitrate eingestellt, aber mehr als 6.000 gehen nicht raus. Ja, dann muss doch den Haken bitte bei OBS raus, dass der von dem Streaming-Dienst die Vorgabe übernimmt. Das, also, das, ja. Dude, mach einfach aus. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Also es ist halt wirklich nicht schlimm, aber diese ganzen Tutorials, die bringen euch nicht weiter. Bringen sie nicht. Und ich sag euch das ganz ehrlich, wenn du, wenn du OBS nicht verstehst, dann solltest du nicht streamen. Weil OBS ist wirklich narrentauglich. Also natürlich reden wir jetzt nicht von X2-64-Settings und von was macht die Puffergröße oder sonstiges dergleichen. Okay, ich droppe nochmal Wisdom. Es gibt ganz viele Menschen, die, und das war schon immer so und wird auch immer so sein, die haben unterschiedliche Auflösungen in ihrem OBS eingestellt. Also, zum Beispiel, wenn sie einen 1440p-Monitor haben, donnern sie 1440p rein und machen ihre Leimwand auf 1440p und fangen dann nachher nochmal an, das Ganze nochmal umzuskalieren. Und skalieren ihre Bilder in OBS zwei, dreimal um. Ich glaube, ich habe euch das schon mal gesagt. Macht alles auf 1080p Feierabend. Stellt alles auf 1080p, überall. Alles. Eure Capture Devices, eure Ausgabe und nichts umskalieren, gar nichts, damit holst du schon so viel Qualität raus. Das machen so viele Leute falsch. Das ist zum Beispiel, das sind Dinge, die müsst ihr ausprobieren. Und das lernt ihr auch nur dadurch, ruhig. Weil euch das niemals jemand sagen wird, weil das so banal, also ich glaube, für Jim und für mich sind die Dinge so banal, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Also auch diesen Haken rausnehmen, dass ab 6000 Bitrate, dass wir das anpassen an den Streamingdienst, den rauszumachen, ist wahrscheinlich das allererste, was wir machen, wenn wir OBS aufmachen. Ich habe es schon mal bei einer Installation geschafft, mich zu wundern. Ich gucke so meinen Teststream und ich denke so, hä, wieso geht denn die Bitrate nicht so hoch? Habe ich einen Speedtest gemacht? Ich denke so, was ist mit dem Ding los? Und dann, ja, ein paar Minuten später so, ach, Haken nicht rausgemacht, so, ne? Kein Ding. Aber ja, also dieser Haken macht folgendes, jede Plattform gibt ihre Vorgaben raus, also ihre Preferred Settings, mit denen die meisten Leute klarkommen, so. Und bei Twitch, wenn man in den, in den Help-Bereich geht und mal sich anschaut, was die empfohlenen Settings sind für 1080p, whatever, dann steht da halt eine Bitrate von, ich glaube, 6500 oder 6000, nur 6600, 6500, irgendwie sowas, ne? Bei, oder sogar nur, auf jeden Fall was mit 6000. Und wenn, OBS errichtet sich danach, weil OBS möchte ja natürlich auch eine Menge Support-Anfragen an OBS oder den Foren abfangen. Also wenn jemand das das erste Mal runterlädt und trägt irgendwas ein und benutzt diesen automatisierten, hey, wir stellen den Stream mal eben kurz für dich ein, logg dich mal mit deinen Twitch-Daten ein, dann läuft ja erstmal alles per se, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch eine gute Sache, dass es auch jedem ermöglicht, mal eben so reinzugehen. So, und daran orientiert sich OBS natürlich an den Vorgaben, die Twitch macht, aber das sind keine, das sind keine, es gibt nicht mehr Vorgaben, sondern es sind die empfohlenen Settings, die für die meisten User sinnvoll wären, gerade wenn man davon keine Ahnung hat oder sich damit nicht auseinandersetzt. Und wenn man jetzt diesen Haken rausmacht, dann heißt das nur, okay, ich nehme meine eigenen Settings und das, was ich eingetragen habe, soll dann genutzt werden. Und dann ist OBS das auch scheißegal, ob das gut oder schlecht ist. Also als Beispiel, wenn du vielleicht im Upload nur 5 Mbit hast, ja, aber du trägst halt eine Bitrate von 7000 ein oder 6000 ein, natürlich ruckelt es dann, weil dann versuchst du halt über eine kleine Öffnung mehr Bandbreite durchzudrücken. Natürlich klappt das nicht. Das reißt halt ab. Das, was nicht durchgeht, kommt halt nicht an. Jetzt ganz doof gesagt. Ist natürlich falsch ausgedrückt. Aber, und dann gibt es natürlich Ruckler und natürlich, ne, relativ einfach eigentlich. Also am Ende des Tages, am Ende des Tages, es gibt eine Menge Menschen, die man ansprechen kann, wenn man solche Unverständlichkeiten hat, aber es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, finde ich auch. und dein Grundverständnis aufzubauen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist schön und gut, wenn dir einer alles einrichtet und dir auch sagt, mach das mal so und so und so und dann läuft das schon. Aber wenn du dann einen Ausfall hast, irgendwas funktioniert nicht mehr oder dein Computer ist gecrasht und die Person steht nicht zur Verfügung, dann stehst du da und kannst tagelang nichts machen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es ununterbrochen läuft. Wir wollen ja, und OBS reinrichten dauert im einfachsten Fall keine zehn Minuten, inklusive allem. Punkt. Und wenn man Feintuning macht und stellt jede Szene so her, dass jeder Pixel an der richtigen Stelle ist, das dauert Stunden. Aber auch das kann man in zehn Minuten wieder neu installieren. Wenn du es gebackupt hast, ja. Richtig. Sollte man auch machen. Würde ich auch jedem empfehlen. Ja. Da kann es halt nur passieren, dass du so Sachen hast wie in der Szene hast du noch eine Capture-Karte benutzt, die du jetzt nicht mehr benutzt und dann musst du die halt wechseln. Solche Sachen halt, das bleibt nicht aus. Klar. Ist eine offizielle Twitch-Aussage, 6.000er-Bitrate Maximum. In den Vorgaben von Twitch steht nur, dass es eine Empfehlung ist. Es steht nicht da rein, dass es... Ich möchte euch nochmal Wisdom von der Sonne. Wenn ihr bei 8.000 anklopft und da regelmäßig drüber geht, kriegt ihr eine E-Mail, dass ihr das bitte lassen sollt. 6.000... 7.600 ist der Sweet-Spot. Weil dann poppt man nicht oben drüber. 8.200 seit zwei Wochen. 8.200? Also bei... Ich habe schon eine E-Mail gekriegt, da wo ein bisschen über 8 war und dann habe ich Post gekriegt. Ich bin gespannt. Okay, Jim. Ich gehe ins Jail jetzt hier. Ich mache auch gleich. Nee, ich habe jahrelang 8.000 benutzt. Also jahrelang 8.000. Nie irgendwie mit jemandem Stress gehabt oder so. Oder irgendwie... Also Stress gehabt im Sinne von, dass Twitch-Mitarbeiter mir mal eine Nachricht dazu kommen lassen. Und die Bitrate kannst du on the fly eintragen. Die kannst du jetzt auf 8.200 setzen. Weiß ich, habe ich schon gemacht. Ich bin jetzt auch Outlawer. Aber weißt du was? Ich bin noch mehr Outlawer als du. Wir machen 8.500, Alter. Das macht Probleme. Hast du schon was probiert? Ja, wenn du dieses... Wenn du dieses... Wenn du eine bestimmte Grenze überschreitest, sagen wir mal, trägst 9.000 ein, dann entfernt Twitch bei dir die Quelloption. Ja, genau. Dann können deine Zuschauer nur noch über Transcoding zugucken. Und dann kriegen Leute Panik und machen ihren Stream aus und ändern alles wieder. Das müsste man aber nicht haben. Du gehst wieder runter auf 8.000 und wartest genau drei Minuten, weil dann ist diese Vorhaltezeit weg, also dieser Cooldown weg. Und dann hast du die Kameraoption wieder drin. Nicht Kameraoption, die Quelloption. Bei 8.2 geht das so durch. 8.2 geht... Also der nette Mensch, der mir die X264-Settings geschickt hat, meinte so, er hätte auch viel ausprobiert und 8.200 wäre das, was noch geht bei ihm. Keine Probleme. Ich hab das jetzt seit ein paar Wochen, seit zwei Wochen mal drin und bisher hab ich keinen Stress damit. Und ja, diese 200 Kilobit, die werden jetzt nicht viel bringen, weil das Problem... Ja, ein bisschen. Man kann... Hey, Jim! Man kann auch den allerletzten Tropfen noch da rausholen. Deshalb hab ich das ja eingetragen. Also ich hab bei 8, das letzte Mal, als ich 8 gemacht habe, hab ich Post gekriegt. Ich möchte das doch bitte lassen. Hallo, also wir verstehen, dass du ein kreativer Kopf bist und gerne viele Sachen ausprobierst, aber... Lass das. Ja, letztens hab ich Post gekriegt. Krass. Hä, warum übertrage ich jetzt eigentlich in 30 FPS? Wir hatten den Rots eingestellt. Vielleicht bist du jetzt an eine Grenze gestoßen, Dizzy. Hä? Das kann man doch gar nicht, währenddessen man streamt, umstellen. Nee, kann man nicht. Warum stream ich? Ich stream den ganzen Tag schon in 30 FPS? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Hä? War das schon den ganzen Tag so? Das hier... Ja, also um das jetzt noch mal eben kurz zu Ende zu bringen oder mal eben kurz zu rekapitulieren, also, wenn man mit neuen Sachen rum experimentiert, sei es über die Grafikkarte zu encoden, sei es über den... Wie ist das? QuickSync, ne? Von Intel. Ja. Du kannst ja auch über QuickSync encoden. Das funktioniert ja auch in vielen Bereichen super. Wenn du zum Beispiel nur Just Chatting Streams machst und du hast keine fancy Grafikkarte und deine CPU ist halt schon ein bisschen älter, aber sie hat halt einen QuickSync, kannst du super darüber encoden. Selbst Spiele gehen darüber, aber wenn es dann sehr aufwendige Spiele mit sehr schnellen Bildwechseln sind oder Shooter allgemein, Rennspiele, whatever, dann wirst du damit nicht glücklich sein. Das sieht dann aus wie so ein schlechter NDI-Stream. Ja, also starke Pixelbildung, das meine ich dann mit Blöckchenbildung so, ne? Wenn man solche Sachen ausprobiert, dann gibt es so Menschen wie wahrscheinlich dich und ich habe das früher auch sehr viel gemacht, probieren Tage und Wochen lang rum, bis sie so für sich die richtigen Settings finden und bei denen alles läuft. Und ja, das kann einen echt an den Wahnsinn treiben, aber wenn man das dann hinkriegt und man kriegt wirklich das letzte Quäntchen raus, das ist so die Befriedigung, als wenn du in Tarkov gerade einen Spieler weggemacht hast und hast ihn komplett gelootet bis zum Exit und kommst raus. Das ist so dieses so, ja, finde ich. Also bei mir war das so. Das ist bei mir heute noch so. Das ist bei mir heute noch so. Also ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut wie ein aufgeräumtes OBS. Mit neuen Funktionen und das freut mich heute noch. Ich freue mich auch jedes Mal über ein Stück Hardware, was mein Leben leichter macht. Mit voller Liebe. Also als ich das Ding gekauft habe hier, dachte ich mir so, geil, jetzt geht's los. Ich habe mich sogar letztens gefreut, als ich das voll gekriegt habe. Glaube ich, ja. Das wird wahrscheinlich so ein Gefühl gewesen sein, wie so, ja, ich war am Anfang nicht ganz sicher, ob ich die alle brauche, aber jetzt. Ja, das war ein guter Einkauf. Prima. Schön. Läuft. Ja. Edisi, wir sind schon wieder an den zwei Stunden. Ja. Ich glaube, wir sind heute schon wieder durch und ich glaube, ich muss seit einer Stunde auf Toilette. Sollen wir die Folge hiermit mit diesen überflüssigen Informationen zum Ende kommen lassen? Darf ich kurz noch was aus dem Chat aufgreifen? Ja, selbstverständlich. Du freust dich bestimmt auch, wenn Jen oder Toro anrufen, weil wieder irgendwas nicht funzt. Absolut nicht, nein. Ich habe eine Regel bei mir, wenn du mich anrufst und du willst Hilfe haben, dann machst du das so, wie ich das mache, ansonsten machst du das alleine. Weil ich habe keine Zeit, irgendwo rumzufummeln und rumzudoktoren, nur weil irgendeiner irgendwas anders will. Und Toro, ich habe Toro echt gerne, aber Toro will immer seinen Scheiß machen. Und ich hasse Menschen, die dich fragen nach Hilfe und dann doch ihren eigenen Scheiß machen. Bei Jen ist, wenn Jen mich anruft, Nils, ich habe Probleme, und ich so, was? Das funktioniert nicht, weil dann weiß ich nämlich, was da los ist und dann kann ich sagen, das musst du machen, das, das, das und das und dann funktioniert das. Und dann gibt es wieder die andere Partei, ja, aber kann ich das nicht so machen oder kann ich das nicht so machen? Den rufen mich nicht an. Den rufen mich nicht an. Also, nee, ich freue mich, bei einigen freue ich mich darüber, wenn sie mich fragen, weil ich weiß nämlich, dass das in fünf Minuten vom Tisch ist, aber wir kennen auch alle und das ist das beste Beispiel, Papa ruft an, der Drucker geht nicht. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, der Drucker geht nicht. Ja, was soll ich denn damit jetzt machen? Ja, der Drucker geht nicht. Ja, dann sag mir doch, warum der nicht geht oder was auch immer, damit ich damit was anfangen kann. Und das habe ich über die Jahre gelernt, ist Wasted Time. Also, wenn zum Beispiel auch jemand fragt, hey, kannst du mir dein Mischpult erklären? Nee, absolut nicht. Wenn du jetzt eine spezifische Frage stellst, wie kann ich eine Subgruppe da hinschicken mit diesem Kabel, dann kann ich dir eine Antwort darauf geben. Und das ist so die Differenz, wenn jetzt zum Beispiel Alex mich fragt, weiß ich, das ist auch schnell geklärt. Weil der versteht schon, was er da macht, aber manchmal brauchst du halt ein bisschen Input. Und dieses ganz Läppsche, ohne auch Zeit da reinzustecken, so Leuten helfe ich nicht gerne. Nee. Das verstehe ich. Entschuldigung. Nee, alles gut. Möchtest du schließen oder soll ich schließen? Schließ du bitte. Ich verabschiede mich schon mal vor allem. Ey, ich hab... Nee. Ich hab die Hoffnung gehabt, du sagst jetzt ja, weil ich hab die letzten drei Folgen geschlossen. Dann verabschiede du dich eben und mach ich zu. Tschüss, Chat. Und an alle Podcast-Hörer da draußen auf jeglichen Plattformen, bitte bewerten Sie diesen Podcast oder geben Sie Kommentare. Demnächst können Sie das bestimmt auch bei Jimpanzer auf dem YouTube-Kanal gucken. Der freut sich nämlich schon mega, die Dinger hochzuladen. Ich werde jetzt gleich Feierabend machen und mach mir noch einen Eiersalat und wünsche euch einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Seid vorsichtig, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. HDGDL auf wieder long times. Tschüss. Ich hab jetzt irgendwie voll Bock auf einen Eiersalat. Das Witzige ist, er sagt, hey, ich hab die letzten drei Mal irgendwie dicht gemacht und erzählt dann das komplette alte Testament, und ich kann jetzt nichts weiter mehr sagen außer, naja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht haben wir ja dann nochmal diesen Display-Splitter, diesen Display-Port-Splitter ausprobiert. Wer weiß? Who knows? Vielleicht hast du dann ja ein weiteres Soundcraft-Gerät da stehen. Wer weiß das schon? Oder eine weitere Kamera. Das wissen wir alles noch nicht. Ja, ja. Ich sehe es schon an deiner Stirn gerade. Es will rausplatzen, aber ist egal. Du hast schon Licht gemacht. So, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Es wurde alles gesagt. Wenn ihr das auf den Podcast-Plattformen hört, würden wir uns über eine Bewertung eurerseits freuen. Ansonsten freuen wir uns natürlich genauso, wenn ihr in zwei Wochen wieder live dabei seid hier auf unserer beider Twitch-Kanäle. Einmal hc-dizzy oder jimpanse. J-I-M-P-A-M-S-E. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeihasein. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Eine wichtige Sache noch. Denken Sie bitte daran. Twitch Prime ist die mehr kostenfreie Möglichkeit, ein Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Zum Beispiel jimpanse oder hc-dizzy. Du-du-du-du. Service-Hinweis beendet. Das hast du sehr schön gesagt. Wirklich. Das hätte ich nicht besser sagen können. Ja. Ah, Dizzy, ich muss ganz dringend auf Toilette. Wir sprechen uns. Also, ich schreibe dich mal an, ne? So wie die letzten fünf Wochen, als wir es versucht haben. Lass uns mal nächste Woche, Ja, das wäre schön. Lass mal nächste Woche mal einmal ganz kurz Terminal, halbe Stunde oder sowas. Ja, gerne. Nur das Teil mal da durchwursten. Ja. Cool. Danke fürs Zuhören. Dankeschön, dass das geklappt hat, mal wieder. Das war sehr schön. Alex, das hat mich auch sehr gefreut. Ein wundervoller Mensch. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Macht eine schöne Woche. Danke. Dir auch. Tschüss. Tschüss.